Und anscheinend ist das eine Demonstration ziemlich problematisch, denn wenn Allah allwissend und ewig ist, warum hat er denn nicht schon von Anfang an den besseren Vers offenbart? So sieht's aus, siehst du? Wusste Allah etwa nicht, dass er die besseren Verse bringen sollte, anstatt einen Fehler zu machen und sie durch andere Verse zu korrigieren? Merkt ihr Muslime nicht, wo ihr hingeht nach eurem Tod? Merkt ihr das nicht? Sagt mir nicht, dass der Koran das ewige Wort Gottes ist, das ist von einem Menschen. Ihr denkt mit euren, da unten denkt ihr die ganze Zeit, deswegen seid ihr auch noch da drinnen. Und dann siehst du, wie der Herr Jesus Christus auf diese Menschen wartet mit offenen Armen und sagt, glaubt dieser Religion nicht. Ihr Muslime wurdet getäuscht, glaubt dieser Religion nicht. Ich hab, ihr Kuffar, ihr Kuffar, Kuffar, glaubt dieser Kuffar nicht. Ja, jetzt reinzukommen, um sich das Ganze anzuhören, um sich Gedanken zu machen, das ist geisteskrank, Mann. Das ist eine Lächerlichkeit kaum zu überbieten, ey. Heftig, ey. Nicht mit seiner Allwissenheit, dass es einen besseren Vers gibt. In dem ewigen, unerschaffenen Wort von Allah gibt es also Verse, die sich gegenseitig widersprechen. Ja. Ein Vers zum Beispiel sagt es... Ihr müsst euch mal vorstellen, der Allah hat ja den Koran auf einer aufbewahrten Tafel. In Zuge 85, Vers 33 bis 35. Da ist das... Da ist das... 85 oder 83? Ne, 85, genau. Zuge 85, Vers 33 bis 35. Da sagt der Allah, dass der Koran, bevor er in einer physischen Kopie auf die Welt gesandt wurde, auf einer Tafel verzeichnet ist. Das sagt auch Imam At-Tabari in seinem Tafsir. Ja, also der Koran, den wir heute in der Hand haben, ist das ewige Wort Gottes. Also ewige Wort von Allah. Und dann muss ich dir mal vorstellen, dass der Allah in Ewigkeit auf dieser Tafel selbst diese Fehler da drauf hat. Allah hat auch die abogierten Ferse da oben drauf. Anstatt der so nach... Nein, ich kann doch die Fehler, also die vorherigen Offenbarungen kann ich doch nicht einfach da lassen. Ich muss doch meine besseren Ferse bringen. Ihr seid am Ende. Allein die Abogation reicht, um den Islam den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Die Strafe für Unzucht, Peitschenhiebe sind... Ein anderer Vers sagt Hausarrest und ein anderer Vers sagt Steinigung. Aber der wurde ja von einem Schaf gefressen, also ist er nicht mehr im heutigen Koran. In Allahs ewigem Wort gibt es also Verse, die sich gegenseitig widersprechen. Also ist Allahs Wort ewiglich widersprüchlich. Und das zeigt, dass das alles nicht wirklich von Gott kommen kann. So einfach ist das. Das heißt, der Koran ist schon ewiglich widersprüchlich. Heftig, ne? Wie die Muslime sich mit der Abogation in den Fuß stehen. Viele Muslime haben ein Problem mit der Abogation, weil sie erkannt haben, dass Allah ja Fehler macht. Und sie durch andere Ferse aufheben muss. Allah ist sehr pragmatisch. Allah ist sehr pragmatisch. Wahnsinn, ne? Allein, dass die Muslime nicht mal darüber nachdenken, dass der Allah in Ewigkeit diese ganzen Fehler in seiner aufbewahrten Tafel verzeichnet hat. Macht man sich denn darüber keine Gedanken? Du siehst auch, wie perfekt der Herr ist in der Bibel, dass er eine gesamte Geschichte erzählt. Das inspirierte Wort Gottes. Historiker, Wissenschaftler nehmen die Bibel als historischen Beweis. Und gehen auf die Suche nach archäologischen Funden. Und werden sogar fündig anhand der Bibel. Und dann kommt der Koran mit Kamelurin und hier Spermien im Lendenbereich und Rückgrat und in der Brust der Frau. Und dann sagen die zu mir, das ist das ewige Wort Gottes. Herr Jesus Christus, herr, habe Gnade an diesen Menschen. Habe Gnade, Herr. Habe Gnade an diesen Menschen, Herr Jesus. Bitte, ich bitte dich von ganzem Herzen, Herr. Und wenn wir einen Vers anstelle eines anderen Verses austauschen und Allah weiß sehr wohl, was er offenbart, sagen sie, du, es sind nur Lügen. Aber nein, die meisten von ihnen wissen nicht. Sie erkannten wohl, dass ein allwissender Gott nicht später Verse bringen würde, die besser wären als die vorherigen. Und die Schuhe... Ja, genau. Die Mekaner, die haben Mohammed schon damals als falschen Propheten entlarvt. Der wollte unbedingt ein Prophet sein. Die haben ihn nur als so einen Abgeirrten abgestempelt, als einen Besessenen und so. Die hatten die ganze Zeit den Eindruck von ihm, dass er so ein Besessener ist und nichts Neues bringt. Und das, was er da redet, sind Fabeln und alles Mögliche. Das ist so krank. Das ist die eine Sache, wo die Pharisäer den Herrn Jesus Christus bezichtigt haben, einen Dämon zu haben, weil er ja die Dämonen ausgetrieben hat. Und er hat zu ihnen gesagt, wie soll ich denn einen Dämon mit einem Dämon austreiben? Wie geht das? Kann der Teufel sich mit sich selbst austreiben? Da habt ihr den Heiligen Geist gelästert. Die Zeichen und Wunder, die der Herr Jesus Christus getan hat, habt ihr verleugnet. Versteht ihr? Das ist ein himmelweiter Unterschied zwischen der eine erzählt den ganzen Tag Unsinn, und sein Stamm erkennt das und sagt, du hast nichts Neues gebracht und bist jemand, der einfach nur Unsinn erzählt und über Fabeln uns berichtet, die ja Legenden sind. Und dann den Herrn Jesus Christus, der diese Wunder vollbringt und dementsprechend auch handelt und sie ihn dann bezichtigen. Und er das klarstellt und sagt, nein, ihr bezichtigt mich sowas, wie kann ich denn einen Dämon mit einem Dämon austreiben? Ihr habt den Heiligen Geist gelästert. Ja, so heftig ist das. So heftig ist das. Das ist der Unterschied. Hier liegt Mohammed ein Lügner zu sein. Fehlt es denn heute an so genügend Menschenverstand? Der Koran kann nicht wirklich von Gott sein. Der vierte Grund, warum Koran Kapitel 3, Verse 54 und Koran Kapitel 8, Vers 30. Den Koran Übersetzern ist es wohl zu peinlich, es als der beste Täuscher zu übersetzen. Sie übersetzen es als Planer-Ränkeschmied. Aber das arabische Makre heißt betrügen, täuschen. Deshalb sollten die Folgen... Habe ich euch ja gezeigt. Das könnt ihr ja selber auch machen. Hier, King of Kings. Der ist ja Araber. Und ich habe eine Wortstudie unternommen, auch bei Al-Mahani, das arabische Wörterbuch im Internet. Ihr könnt das Wort eingeben und dann wirst du sehen, dass das einfach nur die ganze Zeit der Betrüger, der Täuscher, listige, hinterhältige, sind das Eigenschaften von Gott, Hinterhältigkeit oder ist das Eigenschaften vom Teufel? Hinterhältig. Makir, die Schlange ist Makir. Makir hat Makir gemacht. Makara. Ich verstehe nicht, warum die Muslime nicht aufwachen. In der arabischen Bibel heißt es, dass die Schlange der beste Makir war und dann heißt es im Koran, dass Allah der beste Makir ist. Ja, wer ist denn Allah? Die beste, die größte Schlange überhaupt. In den Übersetzungen wie folgt lauten Koran Kapitel 8 Vers 30 Und als diejenigen, die ungläubig sind, gegen dich Täuschungen planten, um dich festzusetzen, töten oder zu vertreiben. Sie planten Täuschungen und auch Allah plante Täuschungen, aber Allah ist der beste Täuscher. Koran Kapitel 3 Vers 4 50 Und sie planten eine Täuschung und Allah plante eine Täuschung und Allah ist der beste Täuscher. Allah ist also der beste Täuscher von allen und mit der Bedeutung von Makir im Hinterkopf lesen wir in Kapitel 7 Vers 99, dass nur die Verlierer glauben, vor Allahs Täuschungen sicher zu sein. Das heißt, dass die Gläubigen, also keine Verlierer, Allahs Täuschungen sicher sein zu können. Das brachte Abu Bakr dazu zu sagen, sogar wenn ich mit einem Fuß im Paradies wäre, würde ich mich immer noch nicht vor Allahs Täuschung sicher fühlen. Heftig, selbst der Abu Bakr, der hat gesagt, wenn ich mit einem Fuß im Paradies stehe, dürfte ich mir nicht sicher sein, dass Allah mich doch nicht täuscht. Das ist so geisteskrank, ne? Das ist Suche 7 Vers 99. Wahnsinn, ne? Ja, Al-Khulafa, Al-Rasul, Khalid, Muhammad, was? Khalid, Muhammad, Khalid, Seite 70. Zur Koran, Suche 7, 99. Das sagte der erste rechtgeleitete Kalif. Warum, die jemanden dazu bringt zu denken, dass man mit einem Fuß im Paradies sein könnte, all seine Jungfrauen gerade sieht, die man ewig entjungfern kann, aber Allah eine trotzdem immer noch da rausziehen kann. Interessanterweise ist es so. Du stehst dann vor den Toren des Paradieses, vor den Toren des Paradieses, da kommt dir so Dings, Sabber in den Mund, weil du deine Hudelein siehst und du reifst dir so deine Hände, so, mhm, boah, ist das wunderschön. Und du bist schon da drin, auf einmal sagt Allah, ne, haha, das war nicht so. Und dann macht er die Tür wieder so zu. Stellt euch mal vor, das ist so geisteskrank, ey. Der Abu Bakr, der Abu Bakr hatte Angst, der Abu Bakr hatte Angst, dass er von Allah sogar noch getäuscht wird, als er sogar noch mit einem Schritt im Paradies ist, mit einem Fuß. Er hat sich getäuscht zu glauben, dass es Jesus war, der gekreuzigt wurde. Aber warum hat Allah das gemacht? Einfach so hat er die muslimischen Anhänger von Jesus reingelegt. Und wenn Allah schon die muslimischen Anhänger von Jesus täuscht, woher wissen Muslime dann, dass er sie nicht täuscht? Allah ist also laut dem Koran ein Täuscher. Und ist es nicht so nebenbei interessant, dass die Bibel den Satan, den Vater aller Lügen nennt? Ein allmächtiger Täuscher ist ein heftiges Problem und man muss da echt ständig Zweifel haben. Grund Nummer 5, warum Mohammed kein Profit? Wer ist Khaled ibn Walid? Khaled ibn Walid ist der größte Mörder aller Zeiten. Er war derjenige, der Kommandant von Mohammed. Er hat ihn losgeschickt, um immer Territorien zu erobern. Und dieser eine Mann war so mit einer der größten Raubzügler in der islamischen Geschichte. Khaled ibn Walid. Er hat so viele Menschen auf diesem Gewissen und so viel Leid hinterlassen, dieser Mann, dass man einfach nur Verachtung für diesen Menschen empfindet, für Khaled ibn Walid. Sie nennen ihn auch Seifullah, das Schwert Allahs. Dieser Mann hat so viel Blut vergossen, das ist so unglaublich. Er hat sich die Taschen vollgemacht mit Beute, hat einige Reiche zerschlagen und hat Frauen erbeutet, alles. Also der Typ ist losgezogen und hat auf Mohammeds Befehl Dörfer angegriffen, so wie der islamische Staat das heute macht. Und hat dann mehr oder weniger Beute gemacht, die Menschen zum Islam gezwungen, für Mohammed Territorien erobert und so weiter und so fort. Weil der Mohammed ja nicht selber losgezogen ist, um zu kämpfen, sondern immer so irgendwie im Hintergrund geblieben ist. Hat immer seine Leute vorgeschickt. Und Khaled ibn Walid war somit der größte Kommandant aller Zeiten. Der Schächter von Mohammed. Ein richtiger Mörder. Der Koran ist theologisch widersprüchlich. Was er wirklich über Jesus und Allah lehrt, ist extrem widersprüchlich. Er ist zu dermaßen widersprüchlich, dass man dieser Problematik nicht entgehen kann. Schauen wir uns einige Punkte an. Der Koran bestätigt die Inspiration, korrekte Überlieferung und Autorität des Evangeliums. Aber Muslime sagen, dass das Evangelium verfälscht wurde. Aber man sollte sich fragen, wer es denn verfälscht hat. Ja, wer? Der Koran sagt, dass Jesus nicht am Kreuz starb. Aber laut der Bibel starb Jesus am Kreuz. Wer verfälschte denn? Siehst du? Und dann sagen Muslime, ja warum redest du denn über den Islam? Warum redest du über Islam? Ja, der Koran, der behauptet ja über uns Christen, dass wir eine verfälschte Schrift in der Hand haben. Das stimmt aber nicht. Wir haben Abschriften vor Jesus Christus, 300 Jahre vor Jesus Christus datiert. Dass die Tora nicht verfälscht ist, dass das Alte Testament nicht verfälscht ist. Und wir haben aus dem ersten, zweiten, dritten Jahrhundert Abschriften vom Neuen Testament, was absolut mit unseren Übersetzungen übereinstimmt. Wie seitens des Korans schon im Umlauf ist, durch den Koran. Und die Muslime machen ja immer weiter diese Mundpropaganda. Und dann sollst du als Christ dann nichts dagegen sagen. Und dann dich so quasi islamisieren lassen. Ist das zu fassen? Da gibt es ein Buch von den Muslimen, das behauptet, dass dein Buch verfälscht ist. Dass der Herr Jesus Christus nie am Kreuz gestorben ist und nie auferstanden ist. Und die Bibel verfälscht ist und so weiter und so fort. Das ist doch der Mundteil. Das ist doch Wahnsinn ist das doch. Ach der, alter, ganz ehrlich, alter. Boah, nee, alter. Zeig mal dein Gesicht. Mann, alter, zeig mir erst mal dein Gesicht, alter. Erst mal, was hast du für ein Content, alter. Hier bin ich. Zeig mal dein Gesicht. Nee, ich hab das auch schon voll oft verfolgt, was du hier. Ich weiß nicht, seid ihr alle keugengeil, alter. Ich weiß nicht. Hast du einen durchgezogen, oder was? Natürlich hab ich einen durchgezogen, sonst würde ich nicht mit dir so reden, alter. Boah, Junge, hat der wieder fünf Johnnys geraucht. Natürlich ist das alles egal. Verrückter Typ, ey. Echt. Redet der mir so, als hätte der sechs Tonnen Gras geraucht. Ich glaube, ich bin ein kleiner Ding. Am frühen Morgen ist der da schon mit Maske und Johnny in seine, hier, neben der Kamera, damit der immer einen durchzieht. Ja, Onkel Lauterbach hat es möglich gemacht. Carlos Lauterbach. Der Onkel des Grases. Oh, Lauterbach. Oh, danke für deine Johnnys. Ist das zu füßen. Den Teil, der sagte, dass Jesus am Kreuz starb. Interessanterweise lehrt der Islam, dass es Allah war, indem er die Leute täuschte. Weißt du, wie heftig das ist? Als ich damals, so, als, tut mir leid, aber das ist so krass, als Lauterbach zum Gesundheitsminister gekürt wurde von Olaf Scholz, ich dachte mir so, wie kann jemand, der so ahnungslos über diese Thematik ist, ihn als Gesundheitsminister aufstellen? Das ist so unglaublich, diese Aussage von Ihnen immer, ne? Auch wie der immer geredet hat, als wäre der total unter irgendwelchen Substanzen, ne? Ja, dann können wir das so machen, das ist dann aber, ne? Als wäre der jeden Tag auf irgendwelchen Übelsten, ne? Das ist doch unglaublich. Da sagt er, da haben die gefeiert, woher kommt das, dass sie so auf einmal so komische Zähne haben? Ja, ich esse zu viel Schokolade, sagt er. Aber wir wissen ganz genau, wo sowas herkommt. Das ist von, du weißt schon, das, was die in Amerika machen, ne? Auf Cracky, ey. Das sieht sehr verdächtig nach Cracky aus. Heftig, ja. Und austrickst du, dass Jesus am Kreuz gestorben war. Aber warum sollte Allah seine eigene Offenbarung verfälschen? Es wird noch schlimmer. Koran Kapitel 3, Vers 55. Als Allah sagte, oh Jesus, ich werde dich nunmehr abberufen und dich zu mir empor... Ja, du kannst ja gerne sein, was du willst. Reicht doch, reicht doch. Geh raus. Hallo? Hallo? Ich habe eine Frage. Ja? Versprichst du, du gehst auf die Frage ein? Ich versuche mich raus. Hallo? Ja, hast du das gehört, was ich dir die ganze Zeit abspielen, ablassen? Ich war jetzt nicht die ganze Zeit drin. Versprichst du über Antworten die Frage? Ich habe doch gerade gesagt, ich versuche so gut es geht zu antworten. Okay. Warum gehst du nicht mit Anas Islam in die Debatte, sondern diskutierst die ganze Zeit mit unwissenden Muslimen? Ja, weil der Anas hat gesagt, Amir, wenn du zu mir kommst, dann besorge ich eine Wassermelone. Wir machen ein Loch da rein und werden nach Ibnu Reims Buch uns daran befriedigen. Habe ich gesagt, nee, Dankeschön, Anas. Ich möchte so einen Dreck nicht. Danke. Wo hat er das gesagt? Ich möchte keine Wassermelone oder ein Stück Teig und Leder. Wo hat er das gesagt? Warum taust du dich mit ihm in eine Debatte? Ich danke dir vom ganz Herzen. Unglaublich. Die sind besessen von Anas Islam. Es ist unglaublich, Leute. Ich verstehe die Welt nicht mehr, Mann. Ist das jetzt eine Autorität bei denen geworden oder wie? Ja, der Anas Islam, der hat Dr. Shere Abu Hamid kontaktiert, hat gesagt, Dr. Shere Abu Hamid, wenn du da bist, werde ich dich Wassermelonen besorgen, damit wir uns unsere Münder erfrischen und eine kleine Erfrischung uns holen bei dem wunderschönen Wetter. Der hat gesagt, ich werde dir ein wenig die islamische Praktiken beibringen, wenn wir unter Begierde leiden. Da hat unser guter, der Imam Ibn al-Rahim, hat dann gesagt, wir dürfen dann unter Umständen ein Loch in eine Wassermelone bohren oder ein Stück Teig oder ein Loch in eine Statue bohren und uns dementsprechend daran bereichern. Ja, und darüber hinaus können wir ja dann unseren Uchtis, unseren, hier, den Frauen können wir dann sagen, dass sie sich zwischendurch dann im Nebenraum dann mit allen Quimbits zufrieden geben. Ja, das ist ein Lederteil, das so geformt ist wie ein P-I-N-I-S und das kann die sich dann da dementsprechend, ja, wie hat diese eine Frau gesagt in den Entsafter, genau. Da gab es mal so ein Interview von so einer Frau, die da geredet hat, was die sich da morgens früh für Säfte da macht, ne. Und diese Frau hat das so zweideutig gesehen. Oh, das ist so schön, eine Karotte jeden Morgen durch den Entsafter zu schieben. Ich bin gestorben vor Lachen, ey. Warte, wo war das? Ich muss das mal finden. Oh, heben. Wo war das? Wo war das nochmal? Frau, Interview, Karotte, Entsafter. Ja, hier, ich hab's gefunden. Da brauchst du ein paar Tags und dann hast du's schon. ... und Anti-Aging-Effekt der Gurke und aber auch innerlich angewendet, ne. Die Gurke ist unendlich interessant, ne. Also morgens sich als erstes so eine Gurke durch den Entsafter zu schieben, ist schon wunderbar, ne. Zitrone, ne. Ja, aber das hat nochmal den übelsten bitteren Nachgeschmack, wenn die Muslime dann über sowas reden, ne. Wenn eine, 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 eine Schwester im Islam dann der anderen Schwester sowas dann beibringt. Ja, auch die, wenn du unter Begierde leidest, dann kannst du dir eine Gurke nehmen und dementsprechend dann in den Entsafter... Oh, ah, gut. Sorry, was? Ich gehe an die Systeme, wir machen nicht weiter. Oh Gott, oh Gott. Ich kann nicht mehr hohen. Gelfe, ich bin. Oh Gott, sozusagen диisteig, gleich geht's weiter. Oh Gott. Was war die letzte Frage? Ich weiß nicht, was wir da machen können. Ziprone. Ziprone. Genau. Oh Gott. Also welches Gemüse? Ja. Welches Gemüse? Oh Gott. Ja. Gurke auf die Augen. Gurke auf die Augen, genau. So weit dein Text. Von denen, die unglaublich sind, reinigen. Und diejenigen, die dir folgen, bis zum Tag der Auferstehung über diejenigen stellen, die ungläubig sind. Hierauf wird eure Rückkehr zu mir sein und dann werde ich zwischen euch pflichten über das, worüber ihr uneinig zu sein pflegtet. Was steht da? Allah wird die, die Jesus folgen, bis zum Tag der Auferstehung über die Ungläubigen stellen. Bis wann? Bis heute. Ja, aber das ist krank. Ihr müsst euch mal vorstellen, die Leute sehen das ja zweideutig. Bei den Muslimen ist das ein großes Thema, was die Begierde angeht. Wenn du zum Beispiel keinen Mann oder keine Frau hast, da gibt es die islamischen Hilfsmaßnahmen. Das ist ein Thema im Islam. Die Muslime verschweigen das nur, weil sie denken, boah, solche dreckigen Themen dürfen wir bloß nicht hier im Westen besprechen. In den islamischen Ländern wird das natürlich besprochen. Aber wir werden natürlich empört werden, wenn die Muslime solche Predigten halten würden. Wie hört sich das denn an, wenn eine religiöse Gemeinschaft auf einmal so eine Predigt hält und der Typ an die Kanzel geht und sagt, Oh, meine wundervollen Schwestern im Islam, wenn ihr unter Begierde leidet, so sagt unser Großgelehrter, der Ibn al-Raim, er sagt in seinem Buch Bade Alpha White im Band 4 auf der Seite 36, dass die Muslime, dass die Muslime sich unter Umständen einen Al-Iquimbic in euch reinhauen dürft. Ja, gar kein Thema auch die. Ja, wenn du unter starke Begierde leidest, dann hau dir das durch den Insafter. Stellt euch mal vor. Und mein lieber Achi, Achi, da sagt der Ibn al-Raim auch für dich, mein Lieber, wenn du zum Beispiel unter starke Begierde leidest und gerade unterwegs bist, so kannst du auch die islamischen Hilfsmaßnahmen dir zur Hand nehmen. Du kannst zum Beispiel in die Hände eines Sklavenkindes machen. Das ist besser als mit der Dings, hier mit der Hand. Einfach ein Sklavenmädchen, ein Sklavenkind nehmen und das für dich erledigen lassen. Ist das zu fassen. Oder wenn du Bock hast, kannst du auch ein Loch in eine Statue bohren. Oder aber auch hier ein Stück Leder nehmen, mein Bester. Oder macht doch einfach mal ein Loch in eine Wassermelone. Das ist doch... Unsere Religion hat uns unser Leben vereinfacht, erleichtert. Ja, stellt euch mal vor. Ich hab das für euch alle gepostet, damit ihr das habt auf euren Mittelnerei und sowas. Nachts, hallo Ex-Müsli. Hallo mein Kleiner, wie geht's dir? Gut, und dir mein Liebling? Ja, dankeschön. Machste Werbung für Deutschland? Ich wollte eigentlich Werbung für dich machen. Wie heißt du, wo kommst du her? Ich komm aus Buxerud und heiße Dr. Scheer Abu Amir. Sehr schön, Abu Amir. Ich sag dir gar nicht an. Wie wär's denn, wenn wir ein bisschen jetzt hier quatschen, Abu Amir? Ja, du kannst das nochmal im Spiegel sagen, weil das machst du halt am besten. Wenn du dich selber anguckst und das nochmal sagst. Ey, die Fick. Aber du bist ja so viel Mann, der im Auto fährt und sich nicht mehr zeigen kann. Wie viel Mann steckt in dir? Einfach, einfach, einfach nur mal, bis ihr den Spiegel guckt. So, jetzt meldet ihn mal, dass wir beim Autofahren, Leute. Genau so, beim ODAO, genau das melden, Leute. Genau das melden, den Intelligenz bestätigen. Einmal melden, dass er in Gefahrenzone fährt. Ekelhafter Typ. Einfach nur mal in den Spiegel guckt. Der hat sich erschrocken, als er mich gesehen hat. Habt ihr sein Gesicht gesehen? Der dachte, da kommt auf einmal so ein Lauch. Habt ihr sein Gesicht gesehen? Der hat sich in die Hosen gekackt, der kleine Kacker. Der dachte, da kommt so ein Lauch. Was hab ich bloß gesagt? Diese kleinen Limmel, diese kleinen Limmel, ehrlich. Schäme sich nicht, solche Wörter zu sagen. Der denkt so, ich verstehe nicht, was er da sagt auf Arabisch, dieser kleine. Ja, der muss ja einfach nur mal in den Spiegel gucken. Da sagt er schon das Richtige dann. Einfach mal in den Spiegel gucken und das Ganze dann nochmal wiederholen. Da machst du nichts verkehrt, mein Lieber. Da bist du auf der sicheren Seite. Einfach mal den Spiegel nehmen und diese liebevollen Wörter, die du zu mir gesagt hast, wiederholen und dann bist du an der richtigen Adresse. Genau. Gott segne ihn aber trotzdem. Gott segne ihn und seine Familie. Ja, ja, so ist das. So, weiter im Text. Denn der Auferstehungstag ist noch nicht da. Zwar sagen Muslime, dass das wahre Christentum sofort vom Apostel Paulus verfälscht wurde, aber an die wahren Anhänger über die ungläubigen Stellen. Sura 61 Vers 14 Oh, die ihr glaubt, seid Allas Helfer. So wie Jesus, der Sohn Mariams, zu den Jüngern sagte, Wer sind meine Helfer auf dem Weg zu Allah hin? Die Jünger sagten, wir sind Allas Helfer. Hier sagen also die Anhänger von Jesus, dass sie seine Anhänger sind. So glaubte ein Teil von den Kindern Israels, während ein anderer Teil ungläubig war. Da stärkten wir diejenigen, die glaubten, gegen ihre Feinde und so bekamen sie die Oberhand. Wer bekam also laut dem Koran die Oberhand? Die wahren Anhänger von Jesus. Die, die also die Oberhand bekamen, also die wahren Anhänger, denen wurde von Allah geholfen. Wir wissen nichts von muslimischen Anhängern von Jesus vor dem siebten Jahrhundert, also waren sie wohl auch nie siegreich, sonst hätten wir wenigstens irgendwelche Spuren von ihrer Existenz. Aber die Anhänger Jesu, von denen wir Aufzeichnungen in der Geschichte haben und die die Oberhand über das römische Imperium im vierten Jahrhundert bekamen, waren die Christen. Und da sie die Oberhand bekamen, mussten sie laut dem Koran die wahren Anhänger Jesu sein. Und denen hat Allah laut dieser Koranstelle geholfen, denn diese Anhänger von Jesus bekamen die Oberhand. Das gibt sogar Yusuf Ali in seinem Korankommentar zu. Aber das ist ein Problem für den Islam. Was waren das für Christen? Denn wie wir wissen, predigten diese Christen nicht, dass Jesus wie laut dem Islam nur ein Prophet war. Sie predigten die Göttlichkeit, Kreuzestod und Auferstehung von Jesus. Warum hat dann Allah... Ja genau, die Leute haben ja doch nun das gepredigt, was sie auch gesehen haben. Es ist also Allahs Schuld, dass er das alles so zugelassen hat, dass das Evangelium, dass das Christentum entsteht und die Menschen an das geglaubt haben, was sie da gesehen haben am Kreuz. Am Kreuz. Versteht ihr? Es ist also Allahs Schuld. Allah ist das Schuld, dass dieses ganze, gesamte Christentum entstanden ist. Er hätte nämlich nicht warten sollen 600 Jahre, sondern sofort einen Propheten erwecken sollen, der das Ganze klar stellt. Aber jetzt nach 600 Jahren zu sagen, nein, das war nicht Jesus, obwohl die ersten Christen genau an das geglaubt haben, das gesehen haben und für ihre Überzeugung in den Tod gegangen sind. Für was? Für das, was Allah da gemacht hat, diese Täuschung? Ihr Muslime, so wahr ich hier sitze, geht ihr mit dem Islam in den Tod, werdet ihr für alle Ewigkeiten verloren gehen. Darauf kriegt ihr Brief und Siege. So wahr ich hier sitze. Für diese Täuschung, die ihr da geglaubt habt, an das, was Allah da gemacht hat. Also sind diese gesamten Christen, die wegen ihren Glauben als Märtyrer gestorben sind, sind alle verloren gegangen, laut eurer Logik. Unglaublich, unglaublich. Hat dieser falschen Lehre geholfen, die dem Islam widerspricht. Merkwürdig. Also Allah offenbarte das Evangelium, aber dann verfälschte er es selbst, indem er die Jünger von Jesus glauben ließ, er sei am Kreuz gestorben. Ja genau, Allah ist der Verfälscher dieser ganzen Sache. Er hat also die Menschen sehen lassen, dass Jesus dort hängt. Alle. Und zwar ausnahmslos. Die Jünger, die Aposteln und alles. Die ganzen Feinde des Herrn und so weiter und so fort. Ja, wessen Schuld ist das? Das ist Allah Schuld. Das ist einfach so ein Dilemma, in welchem der Islam sich befindet. Wohl er es nicht tat. Er startete das Christentum und dann half Allah dieser verfälschten Botschaft, diesen Christen mit ihrer falschen Botschaft, dieses verfälschte Evangelium in die Welt hinaus zu tragen. Ja, genau. Und warum das alles? Warum? Weiß Allah denn nicht, was er eigentlich tut? Ja. Das passt alles zu der Beschreibung von Allah im Koran, dass er der beste Täuscher von allem ist. So sieht's aus. Der Koran ist da so dermaßen widersprüchlich, was zeigt, dass es nicht wirklich von Gott kommt und Mohammed war kein Prophet. Geil. Grund Nummer 6, warum Mohammed kein Prophet war. Der Koran enthält wissenschaftliche Fehler. Muslime behaupten auf, dass in dem Koran wissenschaftliche Wunder enthalten sind. Das ist so wichtig. Ich habe euch gesagt, ihr Muslime, sobald ihr euch mit der Suche 18 Vers 83 bis 86 auseinandersetzt, ihr kommt zu keinem anderen Entschluss, dass der Koran ein Fabel ist, eine Lüge, eine riesen Enttäuschung. Denn das ist nicht das ewige Wort Gottes, das ist aus Legenden. Guck dir das mal an, Mann. Sie fragen dich nach Tulkaranayn. Sag, ich werde euch über ihn eine Geschichte verlesen. Wir verliehen ihm auf der Erde eine feste Stellung und eröffneten ihm zu allem einen Weg. Da verfolgte er einen Weg, bis als er den Ort des Sonnenuntergangs erreichte. Er fand, dass sie in einer schlammigen Quelle unterging und er fand bei ihr ein Volk. Also laut dem Koran geht die Sonne in einer schlammigen Quelle unter. Mohammed bestätigt das im Hadith Sunan Abidawud 3991. Ich saß hinter dem Gesandten Allahs, der auf einem Esudat, während die Sonne unterging. Er fragte, weißt du, wo diese untergeht? Ich antwortete, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Er sagte, sie geht in einer Quelle von warmem Wasser unter. Laut dem Koran und Mohammed geht die Sonne in einer Wasserquelle unter. Und das ist offensichtlich falsch. Stellt euch mal vor, irgendeiner von euch Geschwistern würde jemals den Satz sagen, weil Amir jetzt nicht so einigermaßen gut auskennt mit Christentum, Islam, Religion und so weiter und so fort, würde einer von euch sagen, Gott und Amir wissen es am besten. Wie hört sich das an? Ihr würdet mich auf eine Stufe mit Gott machen, oder nicht? Ist das zu fassend? Sagt mir mal bitte im Kommentarbereich. Wenn ihr zu mir sagen würdet, Amir und Jesus wissen es am besten, oder Amir und Gott wissen es am besten. So, was macht ihr mich denn dann? Das ist doch Wahnsinn, wenn ihr mich auf die Stufe von Gott stellen würdet. Also meine Weisheiten und meine Weitsicht, meine, sagen wir mal schnell, meine Allwissenheit oder was genau das von Gott, meine Sichtweise. Ist doch Quatsch. Gott gleich, genau. Ist doch Unsinn. Einen wunderschönen guten Morgen, Gottes Segen wünsche ich dir, mein Lieber. Good morning in the morning. Gott segne dich und deine Familie. Vielen Dank deiner auch. Möge der Herr sie segnen und behüten. Amen. Ich habe eine gute Nachricht an die Geschwister und auch an die Muslime. Die gute Nachricht lautet, in der Arabischen Welt. Das sowieso. In der Arabischen Welt flüchten die Menschen vom Islam und suchen nach Christus. Und es ist nicht nur ein Phänomen in Deutschland, sondern sogar schon international. In der ganzen Arabischen Welt flüchten die Menschen vom Islam. Umso tiefer sie in die Quellen forschen, in ihre eigene Religion hineinschauen, umso schneller flüchten sie von ihrer eigenen Kompromisslage. Das ist die gute Nachricht einerseits, die bessere Nachricht ist, sie suchen die Wahrheit im Evangelium, in der guten Botschaft. Das ist so ein richtigen Blick für deine Arbeit und für die Arbeit für die Nationale in den Arabischen Ländern. Ja, Halleluja. Das wollte ich nur mitteilen, in den 247 Zuhörern auch mitteilen. Und das nicht umsonst ist, was nicht umsonst ist, was Amir macht und die ganzen Nahen in den Arabischen Ländern auf der Welt. Es trägt Frucht, es trägt Miene. Und das ist so wunderbar. Das wollte ich nur mitteilen. Danke dir. Frau Sitzsegen, mein Lieber, danke für deine Mitteilung. Das sehen wir. Ja, euch auch. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ja, natürlich. Viele Muslime in der arabischen Welt, gerade die Araber, die das auch noch lesen können, den Koran, auf Arabisch, die lachen ja den Koran aus. Die wissen ja ganz genau, was der Koran ist. Nur die trauen sich da nicht, die Wahrheit zu sagen. Also, beziehungsweise, was heißt die Wahrheit? Sie trauen sich einfach nicht, gegen den Koran etwas zu sagen, weil die andere Seite dann direkt mit Gewalt reagieren würde. Das ist das Problem. Deswegen nehmen sie ja stillschweigend hin, aber leben dann einfach ihr Leben und haben nichts mehr mit dem Islam zu tun. Viele, viele Araber, viele, viele Araber, die den Koran gelesen haben, haben den Islam verlassen. Ja, und dann siehst du, die Radikalen sind auf einmal die ganzen Balkanländer geworden. Heftig, ne? Die ganzen Radikalen sind auf einmal so übelst die Balkanländer geworden. Und dann auch noch da im Großkaukasus. Unglaublich. Es sind nicht mal mehr die Araber, die den Koran so extrem praktizieren. Nein, es sind einfach so nicht-arabische Muslime, die den Koran übelst praktizieren und ernst nehmen und so weiter und so fort. Ja, weil sie den Koran ja nicht verstehen. Sie werden halt von ihren Imamen und Shihuchs manipuliert. Und dementsprechend auch gedrillt. Ihr Gehirn wird gewaschen und dann geht's los. Aus ihnen wird dann Kämpfer gemacht. So wie dieses eine Interview, kennt ihr ja, wo der islamische Staat sich präsentiert hat in Afghanistan. Das können wir uns gleich mal nochmal angucken für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben. Das ist so krass. Der Ableger des islamischen Staates in Khorasan in Afghanistan hat so ein Interview erlaubt, dass man die besuchen kann. Na, also, und hat das dann genehmigt. Die Leute sind so viel angewaschen, ne? Schon vom Kleinen auch werden sie den Kindern die und so weiter und so fort, ne? Also sie werden dann komplett, da wird dem Kind beigebracht, wie man mit einer Waffe umgeht. Das ist so kaputt, so krank. Aber gucken wir uns erstmal nochmal das Video weiterzueinander. Oder hören wir uns das an. Und dann ist die Erde auch flach. Koran, Kapitel 88, Verse 17 bis 20. Schauen Sie denn nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen worden sind und zum Himmel, wie er entbrorgen worden ist und zu den Bergen, wie sie aufgerichtet worden sind und zur Erde, wie sie flach gemacht worden ist. Außerdem würde der Himmel auf die Erde fallen, wenn Allah ihn nicht hochhalten würde. Koran, Kapitel 22, Vers 65. Und er hält den Himmel, dass er nicht auf die Erde fällt, außer mit seiner Erlaubnis. Und Sterne sind Geschosse, die Allah auf Dämonen schleudert, wenn sie versuchen, in den Himmel zu schleichen. Koran, Kapitel 37, Verse 6 bis 10. Wir haben den untersten Himmel mit einem Schmuck geziert, mit den Himmelskörpern und als Schutz vor jedem rebellischen Sata. Dankeschön, Dankeschön. Und es gibt noch weitere Fehler. Weiß Allah nicht Bescheid, dass die Sonne nicht in einer Wasserquelle untergeht? Das kam wohl von Mohammed, also nicht von Gott. Der es als ein Karawanhändler im siebten Jahrhundert nicht besser wissen konnte. Dankeschön. Grund Nummer 7, warum Mohammed kein Prophet war. Mohammed brach seinen Schwur an seine Ehefrauen, nicht mehr Sex mit seinem Sklavenmädchen zu haben. Das ist heftig, ne? Sura 66, Vers 1. Der Allah, der alles erschaffen hat, der Schöpfer der Himmel und der Erde, der macht sich da Gedanken um seinen Propheten, der gerade beim Ehebruch erwischt wurde. Und sagt, ey Mohammed, warum verbietest du dir etwas, was ich dir erlaubt habe? Geh und mach weiter mit deinem Sklavenmädchen. Ich sage euch, das ist so krank, das ist so erfahrtig krank. Hey Mohammed, hab ich dir nicht gesagt, du sollst weiter mit deiner Sklavenmädchen verkehren? Hast du etwa vor deinen Frauen Angst, anstatt du vor mir Angst hast? Ich hab doch ein Anrecht, mehr gefürchtet zu werden. Du sollst weiterhin Ehebruch und Unzucht begehen. Mach weiter. Ja, heftig, ne? Sura 66, Vers 1. Tafsir al-Jaralayim ibn Khazir al-Kurthubi al-Tawari. Alle sagen dasselbe. Mohammeds Ehefrau Hafsa erwischte ihn mal im Bett mit einer anderen Frau, seinem Sklavenmädchen. Ja genau, mit seinem Sklavenmädchen Maria di Koptin, die er erbeutet hat. Maria di Koptin. Um weitere Konflikte zu vermeiden, versprach Mohammed, dass er aufhören würde, Sex mit Maria zu haben. Später empfing Mohammed jedoch eine seiner behüchtigten, moralisch günstigen Offenbarungen von Allah. Koran Kapitel 66, Verse 1 bis 2. Wahnsinn, ja? Allah hat ja für euch festgelegt, womit eure Eide zu lösen sind. Und Allah ist euer Schutzer und er ist der Allwissen und Allweise. Dass das auch wirklich der Kontext dieser Koranverse ist, finden wir die Geschichte zur Bestätigung im Hadith. Sunan Anasai 3, 4, 1, 1. Es wurde von Anas berichtet, dass der Gesandte Allahs eine Sklaven hatte, mit der er Sex hatte. Aber Aisha und Hafsa würden ihn nicht alleine lassen, bis er sagte, dass sie ihm verboten war. Dann offenbarte Allah der mächtige und erhabene, Oh Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat, bis zum... Heftig, ne? Warum verbietest du dir, was Allah dir erlaubt hat, weiter mit diesem Sklavenmädchen zu verkehren? Auch wenn deine Frauen dich beim Ehebruch erwischt haben. Wahnsinn, ne? Guck dir das mal an. Da kommt der Allah und hilft seinen Propheten sofort. Und jetzt verstehen wir die Worte von Aisha. Ich sehe, dass dein Herr sich beeilt, deine Wünsche und Triebe zu erfüllen. Sie hat Mohammed so vernichtet, ne? Die Aisha hat Mohammed so vernichtet, das ist so unglaublich, ne? Ende des Verses. Da, wer ja angeblich Allahs ewiges Wort ist, sollen wir glauben, dass Allah schon vor ewiger Zeit einen Vers darüber erstellte, dass Mohammed das Recht hat, seinen Schwur gegenüber seinen Ehefrauen zu brechen, sodass er weiter mit seinem Sklavenmädchen Sex haben kann. Das zeigt es... Das... Und dann sagen die Muslime, Der Koran ist das beste Buch der Welt. Das schönste Buch der Welt. Keine Fehler. Mohammed war ein Prophet. Er war Sadr al-Amin. Er war der... Er war der... Al-Insan, Al-Kamil. Der vollkommenste Mensch unter den Menschen. Der vertrauenswürdigste. Der nie einen Fehler gemacht hat. Er hat nur kleine Sünden. Aber er hat nie einen Fehler begonnen. Ja, hier wird ja doch von Allah sogar noch korrigiert. Hey, Mohammed, warum verbietest du dir etwas, was ich hier geboten habe? Ja, auch Fehler zu machen. Ich hab dir was gesagt. Mach weiter. Was nicht wirklich von Gott kommen kann. Grund Nummer 8 dafür, dass Mohammed kein Prophet war. Der Beweis des Korans, dass er das Wort Gottes ist, weil er nicht viele Widersprüche enthält, ist an sich fehlerhaft. Der Koran bietet einen Test an, wie man schauen kann, dass er das Wort Gottes ist. An sich zeigt die Formulierung dieses Tests, dass er nicht wirklich von Gott kommen kann, und dann fällt er durch seinen eigenen Test durch. Koran 4, Vers 82 Denken Sie denn nicht sorgfältig über den Koran nach? Wenn er von jemand anderem wäre als von Allah, würden Sie in ihm wahrlich viel Widerspruch finden. Das ist also der Beweis, dass der Koran von Allah stand. Wenn er nicht von Allah wäre, dann würde man in ihm viel Widerspruch finden. Erstmal, warum müssen es viele Widersprüche sein? Warum nicht Paar oder einen Widerspruch? Das ist heftig. Allah sagt in Sorge 4, Vers 82, wenn dieses Buch nicht von Gott wäre, so würdet ihr viele Widersprüche finden. Also wenn du einen, zwei oder sowas findest, dann ist es nicht schlimm. Du musst viele finden. Schaut euch das doch bitte an. Der Allah sagt, wenn dieses Buch nicht von Gott wäre, so würdet ihr viele Widersprüche finden. Also wenn du ein oder zwei findest, dann ist das kein Thema. Das wird akzeptiert, das ist nicht schlimm. Allah macht das nicht ganz einfach. Warum müssen es viele Widersprüche sein? Kann also Allah Paar Fehler machen? Das hieße, dass all die Mathebücher oder wissenschaftlichen Bücher von Allah sein müssten. Denn sie enthalten nicht viele Widersprüche. Das heißt, dass jedes Buch, welches nicht viele Widersprüche enthält, von Allah stammen muss. Laut der Logik könnte ich ein Buch mit 1 plus 1 auf jeder Seite schreiben und es müsste von Gott stammen. Genau so sieht es aus. Also allein diese Formulierung des Beweises zeigt, dass es nicht von Gott stammen kann. Aber im Koran finden sich Widersprüche. Koran Kapitel 6 Vers 14 sagt, dass Mohammed der erste Muslim war. Koran Kapitel 7 Vers 143 sagt, dass Moses der erste Muslim war. Und doch sagt der Koran, dass Adam und Abraham Muslime waren. Laut dem Koran Kapitel 4 Vers 34 dürfen Muslime Alkohol trinken, wenn sie nicht betrunken beim Gebet auftauchen. Aber laut dem Koran Kapitel 5 Vers 90 dürfen Muslime keinen Alkohol trinken. Laut dem Koran Kapitel 24 Vers 2 soll man unzüchtige Frauen mit 100 Tieren bestrafen, laut Koran Kapitel 4 mit Hausarrest. Und wenn wir noch die ganzen wissenschaftlichen Fehler mit hinzunehmen, dann können wir sagen, dass der Koran also sehr wohl Widersprüche enthält. Und somit scheitert Beweis des Korans nicht nur daran, dass er sehr schlecht formuliert ist, sondern dass er sehr leicht zu widerlegen ist. Ganz einfach. Grund Nummer 9, warum Mohammed kein Prophet war. Mohammed bekam eine seiner moralisch exklusiven Offenbarungen, dass er mehr Ehefrauen haben durfte als jeder andere. Laut dem Koran dürfen muslimische Männer bis zu vier Frauen heiraten. Koran Kapitel 4. Der Mohammed bekommt eine Offenbarung, indem Allah zu ihm sagt, in Zure 4 Vers 3 oder in Zure 4 Vers 4 kommt darauf an, wie das bei dem einen oder anderen im Koran steht, wo die Nummerierung ist, dass die Muslime bis zu vier Frauen heiraten dürfen. Und dann siehst du auf einmal, dass der Mohammed selber bis zu elf oder dreizehn Frauen geheiratet hat. Er steht also über dem Gesetz von Allah. Und das ist ein Anzeichen dafür, dass er ein Kultführer ist. Weil, warum soll er denn anders behandelt werden als alle anderen? Versteht ihr? Er gibt doch keinen Sinn. Er muss ja ein gottesfürchtiger Mann sein und sagen, nein, ich bin weder was Besseres noch was Schlechteres als ihr. Ich werde mich auch an Allahs Gesetze halten. Aber nein, nur Allahs Gesetze gelten für euch, aber nicht für Mohammed. Wie Politiker. Wenn die Politiker Mist gebaut haben hier in Deutschland, und das haben sie ja, wir haben ja den Cum-Ex-Skandal mit Olaf Scholz, wo er eigentlich natürlich dementsprechend bestraft werden müsste. Da kommt der Olaf Scholz und sagt einfach, ja, ich hatte Gedächtnislücken. Jetzt geht ihr mal hin und versucht, einmal nur ein Euro vom Finanzamt wegzunehmen. Da werdet ihr zur Rechenschaft gezogen. Und dann will ich euch mal vor Gericht sehen, dass ihr sagt, ich weiß es nicht, ich habe glaube ich Gedächtnislücken. Was meint ihr, was mit euch passiert? Versteht ihr? Mohammed war nichts als ein Politiker, der über dem Gesetz steht. Wahnsinn, ne? Karl Lauterbach. Die ganzen falschen Sachen, die er gesagt hat. Ein Jens Spahn. Die ganzen falschen Sachen, die er gesagt hat. Eigentlich müssen die alle vor Gericht gezerrt werden. Versteht ihr? Wenn man fair und ehrlich wäre, nach dem, was jetzt alles herausgekommen ist. Da müssen Leute da hingehen, Sammelklage machen und dann sie anklagen. Aber das wird niemals geschehen, weil sie über dem Gesetz stehen. Und daran sieht man, dass das ein Riesenschwindel und Betrug ist, was der Mohammed da im Koran reingehauen hat. Dass er über dem Gesetz steht. Und das sagt uns ja Al-Kurtubi hin. Hier in Al-Kurtubi auf der Seite 423. Tafsir Al-Kurtubi in Jami Al-Ahkam Al-Kur'an. Auf der Seite 423. Da sagt er Al-Kurtubi, dass der Mohammed über den Muslimen steht und über das Gesetz steht. Und mit 20 Privilegien bevorzugt wurde vor den ganzen Menschen. Er darf während der Hatsch-Pilgerfahrt SEX haben. Er muss noch nicht mal einen Vater um die Hand der Tochter fragen. Er kann einfach mit ihr SEX haben. Er muss auch für den SEX kein Geld bezahlen. Er kann einfach so viel SEX haben, wie er will. Versteht ihr, worum es ihm ging mit Islam? Alles drehte sich in seinem Leben nur um SEX. Beute machen und die Leute nach Lust und Laune Befehle zu erteilen. Wahnsinn, ne? Ja, unabhängig jetzt davon, ob Finanzamt jetzt dies und das war. Aber ich will euch oder uns, wenn wir nur mal 10 Euro oder was oder nicht angegeben haben oder was auch immer und dann auf einmal sagen, ja, ich hatte Gedächtnislücken. Meint ihr, wir kommen damit durch? Jetzt mal ehrlich, kann mir einer von euch sagen, ob das so wäre? Niemals! Wir würden angeklagt werden und sogar noch vor Gericht gezerrt werden. Aber weder Olaf Scholz wurde vor Gericht gezerrt, noch ein anderer. Aber die haben die Klage fallen lassen. Habt ihr das mitbekommen? Die haben die Klage fallen lassen gegen den Cum-Ex-Skandal. Hier, was da passiert ist. Gegen die Warburg-Bank. Gegen den Manager. Der ist ja jetzt 82 Jahre. Ihm drohte bis zu 10 Jahre Haft. 280 Millionen oder wie viel? 280 Millionen Euro. Einfach mal weg. 280 Millionen Euro. Das ist nicht mal eben 280 Euro. Versteht ihr jetzt? Versteht ihr jetzt, in was für ein System wir hier angekommen sind? Also der Politiker kann sich dann alles erlauben und dann braucht er einfach nur zu sagen, ich hatte Gedächtnisschwund. Ich weiß, ich erinnere mich nicht mehr. Und dann will ich uns mal sehen, wenn wir den gleichen Satz sagen, was das Finanzamt und das Gericht mit uns macht. Daran merkt ihr, was hier abgeht. Das ist heftig, das ist heftig. Nur mal so nebenbei. Hey, wir wissen ja, dass dieses System ja auch Unrecht hier ist eigentlich. Wir leben zwar alle gut, ja, alles schön und toll, ja, toll. Aber wollen wir nicht, dass auch Gerechtigkeit innerhalb der Politik herrscht? Du HS, kannst du den nennen, der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat, Hamza? Hast du kapiert? Hamza? Geh und guck nochmal in den Spiegel oder sag das zu demjenigen, der ein sechsjähriges Kind heiratet. Zu dem kannst du das dann sagen. Was für ein Dämonen. Was für ein Dämonen. Hast du gut gelernt, ja, Hamza? Das ist dein Vokabular. HS. Genau, das hast du gut gelernt, Hamza. Alle Ehre für deine Religion, dass die aus dir so einen tollen Menschen gemacht hat. So will ich dich sehen. Genauso. Sehr gut gemacht, Hamza. Du bist wahrhaftig ein Löwe, Hamza. Hamza, der Löwe. Ja, Hamza, der Löwe. Das ist so ein Zeichentrick-Ding. Hamza, der Löwe. Hamza, der Löwe. Kinder-Naschid. Der kleine Löwe, Hamza, der ist unter uns so stark. Er hat große Augen und einen langen Bart. Er steht früh auf und hört ganz laut, so dass sich jeder fragt. Ist das etwa unser Hamza, der uns da etwas sagt? Er hat mit LALALALALALALALALALALALALALALALA. Bei allem was er sieht, sagt er masjid halala. Für alles, was er hat, sagt er, Alhamdulillah. Egal wie groß er ist, er weiß Allah und er lebt sein Leben mit La Ilah. Jetzt so einfach dein Lied gehört Hamza, dann wär aus dir ein kleiner süßer Löwe geworden. Aber du kommst hier rein und machst deiner Religion alle Ehre mit HS. Der kleine Löwe Hamza, er spielt im Zoo so gern. Es geht kaputt. Hamza, Hamza! Vers 3. Und wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Weisen zu handeln, dann heiratet, was euch an Frauen gut scheint, 2, 3 oder 4. Aber Mohammed bekam eine besondere Offenbarung von Allah, dass er und nur er mehr Ehefrauen haben durfte. In Koran, Kapitel 33, Vers 50. In den Haditen liest man auch, dass Mohammed mindestens neun Frauen hatte. Sahi Bukhari 5. Der Mohammed machte eine Runde bei all seinen Frauen. Das ist so krank. Ich frage mich, wie die da zugeguckt haben dabei. Das ist heftig. Da stand bestimmt so ein Sahabi und da hat er so ein Blatt Papier genommen und einen Stift und hat das alles aufgeschrieben. Und dann hat er gesagt, boah, der Mohammed machte es erst mit der ersten, mit der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten. Und dann geht er sich einmal waschen. So steht es da in den Hadisten. Wie haben die das denn gesehen? Haben die gesehen, wie der Mohammed da Punkt punktet oder wie? Das ist heftig. Hört euch das an. 086. Der Prophet war es gewohnt, bei all seinen Frauen in einer Nacht herumzugehen, Sex zu haben. Oh, Cusifredi. Und er hatte neun Ehefrauen. Sahi Al-Bugali war 268. Katada berichtete, Anas bin Malik sagte, der Prophet besuchte gewöhnlich all seine Frauen in einer Nacht und es waren elf Stück. Elf Stück? Der Anas, hatte der Prophet die Kraft dafür? Anas, Anas? Der Anas, die Fragen, Anas hatte der Prophet die Kraft dafür, elf Frauen an einem Abend zu beglücken? Da sagte der Anas, er hat die Stärke von 30 Männern oder wie? Guck mal hier. Er antwortete, wir sagten gewöhnlich, dass den Propheten die Stärke von 30 Männern gegeben war. Ja, wie hat denn der Anas das herausgefunden? Hat er einen Pimpometer gehabt oder was? Womit er das gemessen hat oder wie? Ein richtiger Pimpometer! Oh! Das kannst du keinem erzählen, ey! Ja, wie hat er das denn gemessen? Wie hat er das denn gemessen, dass er 30 die Kraft von 30 Männern zum Verkehr hatte? Hat er sich einen Pimpometer zusammengebastelt oder was war das? Das ist ein SEX-O-Meter! Ist das krank! Das ist so heftig! Ich kann nicht mehr! Ah! Ich krieg noch Bauchmuskel vom ganzen Lachen, ehrlich, ey! Wir kriegen richtig schöne Wangenknochen, wisst ihr das? Wir brauchen gar nicht so OP! Wir kriegen richtig schöne Wangenknochen! Wie Models! Und Bauchmuskeln! Ihr braucht nicht zum Training zu gehen! Und Saez sagte unter der Autorität von Katade, dass Anas ihm nur von neun Ehefrauen erzählt hatte, nicht elf! Also, wie wir gesehen haben, hatte Mohammed mehr Ehefrauen, als seine eigenen Offenbarungen es muslimischen Männern erlaubten. Ist es nicht praktisch, wenn der Gründer einer Religion das Recht bekommt, mehr Sexpartner zu haben als jeder andere? Das zeigt, dass Mohammed den Koran nutzte, um seine eigenen sexuellen Begierden zu befriedigen, so wie es auch bei Said und Seinab getan hatte und es nicht wirklich vom allmächtigen Gott kommen kann. Grund Nummer 10, warum Mohammed kein Prophet war. Das ist das islamische Dilemma und wurde auch schon vorher besprochen. Mohammed bestätigte die Inspiration, korrekte Überlieferungen und die Autorität der Tora und des Evangeliums. Das Problem ist, dass die Tora und das Evangelium total den Lehren Mohammeds widersprechen und das bringt Muslime in ein Dilemma. Kapitel 3, Vers 3 des Korans. Er hatte das Buch mit der Wahrheit offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war. Und er hat auch die Tora und das Evangelium als Offenbarung herabgesandt, zuvor als Rechtleitung für die Menschen. Die Tora und das Evangelium wurden also von Allah inspiriert. Aber Muslime sagen, die Tora und das Evangelium seien verfälscht worden. Aber wir können aufgrund der Manuskripte der Bibel, die vor, während und nach Mohammeds Zeit geschrieben wurden, über jeden Zweifel hinaus beweisen, dass Mohammed Zugang zu der gleichen Tora und Evangelium hatte, die wir heute haben. So sieht's aus. Ja. So sieht's aus. Ja. Allah befiehlt uns Christen sogar auf Grundlage des Evangeliums zu urteilen. So sollen die Leute des Evangeliums, das sind wir, nach dem weiten, was Allah darin herabgesandt hat. Wer nicht nach dem weitet, was Allah als Offenbarung herabgesandt hat, das sind die Frevler. Also Muslime sagen, was auch immer ihr Christen tut, urteilt nicht nach dem Evangelium. Allah sagt aber, dass wenn Christen nicht nach dem Evangelium urteilen, sie Frevler sind. Hören wir auf Allah oder seine heutigen Anhänger, die anscheinend mehr über die Bibel wissen als Allah. Der Koran bestätigt also die Inspiration, korrekte Überlieferung und Autorität der Tora und des Evangeliums. Aber das ist ein Problem für den Islam. So lautet das Dilemma. Wenn das Evangelium das Wort Gottes ist, dann ist der Islam falsch. Denn laut dem Evangelium starbe Jesus für unsere Sünden, stand von den Toten auf und ist der göttliche Sohn Gottes. Aber der Koran leugnet das alles. Also ist der Islam falsch. Wenn aber das Evangelium nicht das Wort Gottes ist, dann ist der Islam auch falsch. Denn der Koran bestätigt die Inspiration, Autorität und korrekte Überlieferung unserer So oder so ist der Islam falsch. Aus jeder Perspektive. Das ist so krank. Christlichen Schriften. So oder so ist der Islam falsch. Und so zerstört sich der Islam auch selbst. Wenn also Muslime nicht länger an eine Religion glauben wollen, die sich selbst zerstört, dann sollten sie wohl zum Evangelium gehen. Allah sagte sogar Mohammed, dass er bei Zweifeln zu den Leuten des Buches zu den Christen gehen sollte und mit seiner eigenen Offenbarungen überprüfen sollte. Und da Mohammed das Vorbild für alle Muslime ist, sollten Muslime dem folgen. Also das sind zehn Gründe, warum Mohammed kein Prophet war. Überprüft das alles selbst. Überprüft die Quellen und seht, dass das alles wahr ist. Und ich hoffe wirklich, dass hier Mohammed als Propheten ablehnt. Ja, genau so sieht's aus. So sieht's aus. Die meisten Muslime sind sich gar nicht. Gerne noch. So. Hört ihr mich immer noch gut? Larry King, einer der bekanntesten Journalisten der Welt, wurde einmal gefragt, wen würdest du gerne interviewen? Und seine Antwort war erstaunlich. Jesus Christus. Sofort kam die Gegenfrage, was möchtest du ihn fragen? Larry antwortete, ich würde ihn fragen, ob er tatsächlich von einer Jungfrau geboren wurde. Und die Antwort auf diese Frage würde mir die Geschichte der Menschheit erklären. Es gibt Fragen, mit denen alles steht und fällt. Für uns Christen ist es die Frage, ist die Bibel Gottes Wort? Und somit Binden für unsere Gewissen und unsere Lebensführung? Oder wurde sie von Menschen ausgedacht? Und darüber unterhalten wir uns jetzt. Selbst wenn du Atheist bist, stell dir trotzdem einmal vor, Gott existiert außerhalb des Gemachten, der Schöpfung. Und er möchte zu den Menschen sprechen. Wie sollte er das tun? Er könnte einer seiner Boten aus der Geisteswelt in der materiellen Welt sichtbar machen und zu den Menschen sprechen lassen. Oder? Da Gott Geist ist, könnte er auch zu den Menschen über ihren Geist kommunizieren. Oder er könnte selbst in die Schöpfung eintreten und sagen, ich existiere. Nun, alles das hat Gott gemacht. Durch Engel, Propheten und schließlich seinem Sohn. Problem bei der Sache ist, dies waren Momentaufnahmen. Wir leben ja jetzt viel später und haben somit keinen Nutzen mehr davon. Also, welches Medium sollte Gott wählen, um dauerhaft zu den Menschen reden zu können? Audioaufnahmen sind gut, aber erstens gab es nicht immer Aufzeichnungsgeräte und zweitens ist es nicht einfach, mit Audioinhalten zu arbeiten, sprich sie zu studieren, sprich Vorspulen, Zurückspulen und so weiter. Dasselbe gilt auch für Videos. Bilder sind so cool, aber leider vermitteln sie sehr wenig Details, um komplexe theologische Zusammenhänge zu erklären. Aber es gibt noch ein Medium, was sehr zugänglich, übersichtlich ist und inhaltliche Tiefe und Reflexion zulässt. Das geschriebene Wort. Nun, aber wieso sollte ich glauben, dass der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, in diesem oder jenem Buch spricht? Ach, da musst du einfach glauben, würden einige sagen. Das trifft vielleicht auf viele Religionen zu, nicht aber für den christlichen Glauben. Weil Glaube im christlichen Sinne etwas anderes ist. Paulus erklärt seinen persönlichen Glauben folgendermaßen. Ich weiß, wem ich geglaubt habe. Das ich weiß, zeigt, dass es im Glauben immer erst um offenbarte Fakten geht. Lies dazu Hebräer 11. Menschen in der Bibel wurden nie aufgefordert, den Sprung ins Leere zu wagen. Zweitens sagt er, wem ich geglaubt habe. Genau so sieht es aus. Nicht wie Allah sagt, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch enthüllt werden, euch unangenehm werden. Denn es haben vor euch schon Leute nach diesen Dingen gefragt und sind unglaublich geworden. Also im Islam ist es verboten, so viele Fragen zu stellen. Und Allah hasst das auch, dass man Fragen stellt. Glaubt habe. Es geht nicht nur darum, wie stark du glaubst, sondern dass es eine Realität deines Glaubens gibt. Und drittens geht es beim christlichen Glauben nicht um ungewisses Hoffen, sondern ein festes Vertrauen von Dingen, die man offenbart bekommen hat. Also zusammengefasst bedeutet das, dass die Glaubwürdigkeit der Bibel auf Fakten beruht, denen ich trauen kann und die mich zu einer lebendigen Beziehung mit meinem Schöpfer führen. Okay, aber was sind diese Fakten, die mir beweisen, dass Gott in der Bibel spricht? Stell dir vor, jemand schattet dich an mit einer unbekannten Nummer und sagt, er wäre dein Freund. Was würdest du machen, um das zu verifizieren? Du würdest ihn Dinge fragen, die nur er als ein echter Freund dir beantworten könnte. Und das bedeutet, die Bibel muss irgendwie ein göttliches Element haben. Etwas, was Menschen nicht so einfach nachmachen können. Was Gott spezifisch ist. Nun, was Gott kennzeichnet, sind unter anderem drei Dinge. Allmacht, Allwissenheit und Heiligkeit. Und diese drei Eigenschaften müssen sich also in Gottes Wort wiederfinden. Die Schöpfung zeugt von einem allmächtigen Schöpfer. Okay, die Frage, die wir uns hier stellen ist, sagt Gott in seinem Buch etwas über seine Schöpfung, was Menschen zu diesem Zeitpunkt nicht gekannt haben können? Ja, nehmen wir uns einfach mal zwei Beispiele. Der damalige allgemeine Konsens war, dass die Erde von etwas gestützt wurde. Die Bibel jedoch sagte, dass die Erde im Raum hängt. Er hängt die Erde an nichts auf. Bevor das Teleskop erfunden wurde, glaubten die Menschen, sie können die Sterne zählen. Die Bibel dagegen sprach im Buch Jeremia von unzähligen Sternen. Wie das Herr des Himmels nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen werden kann. Dies sind nur wenige von vielen Phänomenen, die uns zeigen, dass die Heilige Schrift nicht dem damaligen Mainstream entsprang, sondern einen göttlichen, übermenschlichen Ursprung hatte. Die Bibel enthält also ganz klar naturwissenschaftliche Passagen, die nicht menschlichen Ursprungs sind. Und kommen wir dann zum zweiten Punkt, Gottes Allwissenheit. Wenn der Gott, der außerhalb von Zeit und Raum ist, in der Bibel spricht, müsste er doch hier und da Dinge sagen, die durchblitzen lassen, dass er die Zukunft kennt. Und genau das ist eigentlich das Kernargument, wie Gott uns auffordert, sein Wort zu messen. 5. Mose 18, 21 nimmt genau diese Frage auf. Wie soll ich wissen, ob das, was ich höre oder leere, Gottes Wort ist? Wenn du in deinem Herzen sprichst, wie sollen wir das Wort erkennen, dass der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist das das Wort, das der Herr nicht geredet hat. Mit Vermessenheit hat der Prophet geredet, du sollst dich nicht vor ihm fürchten. Also, jemand sagt etwas und es trifft oder trifft nicht ein und das ist der Gratmesser. Samuel, der Prophet, wurde genau so bestätigt. Und Samuel wurde groß und der Herr war mit ihm und ließ keins von... Das ist sehr gut. Warte, ich komme sofort wieder. Ich gehe kurz tanken. Einen Moment. Wer kann, der kann liken und teilen. Das wäre sehr nett. Gott segne euch und eure Familien. So, ich bin wieder da. Danke für die Teilung und Likung. Äh, Likung. Für Laika Mobile. Danke für die Teilung und liken. Likung. Richtig gebärbockt. Ich wurde des Öfteren heute gebärbockt. Ja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Es tut mir leid. So. Salaam Ilaikum. Genau. Mach mal eine Salaam Ilaikum. An Salaam Ilaikum. So. Sein Worten zur Erde fallen. Sprich, alles was er sagte, traf ein. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn bestätigt war. Okay, ich denke das Prinzip ist klar. In der Bibel befinden sich rund 2500 konkrete Prophezeiungen, von denen 2000 exakt so wie angekündigt eingetreten sind. Und die übrigen Prophezeiungen waren keine Falschaussagen, sondern die sind noch zukünftig. Kein anderes Buch auf der Welt enthält derart viele Zukunftsprognosen, die direkt nachgeprüft werden konnten und können. Und dies bewegt Petrus so sehr, dass er sagt, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, auf das zu achten ihr Wohltut, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Menschen Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Okay, also Prophezeiung, ziemlich krass. Aber Gott hat nicht nur Ereignisse vorausgesagt, er hat auch Tipps und Tricks in seinem Wort preisgegeben, die sich über Jahrhunderte hinweg bewahrheitet haben. Zum Beispiel was Geld angeht. Der Gott der Bibel hat in seinem Wort das komplette Bankensystem vorhergesagt, indem er Mose das Geheimnis und die Kraft passiven Einkommens, sprich Zinsen, erklärte. Du wirst vielen Nationen leihen, du aber wirst nicht entleihen. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer höher kommen und nicht abwärts gehen. Oder nehmen wir noch was anderes, was super wichtig ist. Gesetze. Das mosaische Gesetz wird selbst von weltlichen Philosophen als der größte Segen für die Menschheitsgeschichte bezeichnet. Aber die Genialität bleibt nicht nur bei dem, was Gott sagt, sondern wie. Sprich, wie die einzelnen Bücher der Bibel zusammenpassen. Man nennt es auch die unbeabsichtigten Zufälle. Die Grundidee ist, dass ein Autor beim Vorbeigehen ein Detail erwähnt, das zufällig eine Frage erklärt, die in einem anderen Buch gestellt wird. Nimm dir zum Beispiel die vier Evangelien. Die ineinander greifenden Erzählungen zwischen den Evangelien sind zu subtil und oberflächlich unwichtig, um von den vier Autoren geplant worden zu sein. Trotz ihrer scheinbaren Unabhängigkeit passen die Gegenstände wie Puzzleteile zusammen. Bei zwei, drei Büchern hätte man das schon ein Weltwunder genannt. Aber bei 66 Büchern, 40 Autoren von unterschiedlichen sozialen Hintergründen und über 1500 Jahre geschrieben, bleibt einem ehrlichen Menschen keine andere Wahl. Das ist Gottes Wort. Und jetzt kommt der letzte und schönste Teil. Gottes Heiligkeit. Heiligkeit bedeutet unter anderem, dass er ganz anders ist als wir Menschen. Und das sehen wir in der Botschaft selbst. Allein die Bergpredigt ist ein Gottesbeweis in sich selbst. Es gibt keinen Menschen, der jemals ein derartig kontraintuitives Moralprogramm hatte wie Jesus Christus. Amen. Um ein Anführer zu werden, sei ein Diener. Um wirklich das Leben zu finden, sterbe dir selbst. Um es deinem Feindheim zu zahlen, liebe ihn. Um reich zu werden, gib Geld weg. Niemals würden Menschen darauf kommen. Viele haben es kopiert, weil sie die erstaunlichen Resultate sahen. Aber das Gedankengut, die Rechte am geistigen Eigentum, hat die Bibel. So, das war jetzt die Detailansicht. Eine Predigt. Aber lass uns mal rauszoomen. Die gesamte in sich stimmige Metageschichte zeigt, dass Gott der Autor ist. Erstens, weil es unmöglich gewesen wäre, eine solche Geschichte... Ihr wisst gar nicht, wie die Muslime mir leid tun. Wie sie versuchen, das wahrhaftige Wort Gottes auch anzugreifen. Die ganzen Dauerteams, was sie da machen. Wie teuflisch sie sind. Aber wartet mal ab. Wenn sie eines Tages in den Tod gehen, jeder von ihnen, der ohne Jesus Christus in den Tod geht, was dann... Die denken, dass sie dann eventuell von Allah dann mit diesen Hulen Ains beglückt, also... Wie nennt man das? So... Ja, mit diesen Hulen Ains beschenkt werden, ne? Das ist so krank, ne? Über 1500 Jahre zu schreiben, aber besonders der Inhalt dieser Geschichte unterscheidet sich von jeglicher Religion. Religion zeigt, wie wir uns zu Gott hoch... Ich glaube schon, das ist, glaube ich, ein Bibelprojekt. Ja, ja, ich glaube, das ist das, ja. ...arbeiten. Aber die Bibel zeigt, wie Gott zu uns kam und durch Jesus Christus und in Christus uns in die Stellung von verherrlichten Kindern Gottes bringt. Und das hat sich kein Mensch ausgedacht. Also, zusammenfassend könnten wir sagen, ob die Bibel Gottes Wort ist, ist die alles entscheidende Frage für dein geistiges Leben. Zweitens, unser Glaube beruht nicht auf Einbildung oder Gefühlen, sondern auf Fakten und Beziehung. Und drittens, die Bibel beweist durch ihren eigenen Text, dass sie nicht von Menschen, sondern von einem allmächtigen, allwissenden und allliebenden Gott geschrieben wurde. Aha! Larry King! Hammer! Sehr gut! Das mehrere Lehren des Islams auf vorislamischen und heidnischen Lehren basieren. In diesem Video schauen wir uns deswegen insbesondere die Entstehung des Hatschs an. Die islamische Pilgerreise nach Mekka, bei welcher Muslime die... Habt ihr gesehen, ne? Über 1000 Menschen bei der Hatsch-Pilgerfahrt sind gestorben, wegen der Hitze. Unfassbar. Wie so ein satanisches Ritual. Einfach krepieren lassen. Übel, 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 übel. Kaaba umkreisen. Ein quaderförmiges Gebilde bei der Heiligen Moschee. Obwohl Muslime glauben, dass die Riten des Hatschs einzigartig islamisch sind, nutze ich den Hadid, die in Wirklichkeit von den Heiden übernommen hat. Der Hadid besteht aus Sammlung... Hallo. Hallo, Moin. Bist du das auf dem Bild? Äh, ne. Wer ist das? Das ist ein dreckiger Sack. Was ist das? Das ist ein, wie soll ich sagen, das... Imam, Imam. Hast du gerade gesagt, ein dreckiger Sack? Ja. Warum betitelst du ihn denn so? Der, äh, Dings, der macht so Lügen, der zieht Geld von Menschen und der sagt, ich, ich, äh, mache Doha für euch und ihr bekommt so, äh, Segen von Gott. Ja, das heißt, wenn jemand zum Beispiel Geld für eine Frage verlangen würde, dann wäre das natürlich der übelste Betrüger, ne? Genau. Danke, dann hast du deinen eigenen Propheten gerade vernichtet, Sura 58, Vers 12. Mohammed nimmt Geld, um Fragen zu beantworten. Ja, ich bin auch kein Muslim, wie du. Ja, du siehst, dass der Betrüger, also dass der Allah, der Mohammed, Fragen angenommen hat und dafür Geld, also Bezahlung, Fragen beantwortet hat. Ich kenne die Geschichte genau. Ja, schön, ne? Ja. Leider. Du machst so auf Deutsch immer Dings? Ja, ich bin fair auf Deutsch auch, ja. Islam kritisieren? Ja, kritisieren, Dings Stück für Stück auseinandernehmen, herausfinden, was die Ursprünge des Islams sind, wer Mohammed war, was Allah überhaupt ist, was der Islam bedeutet und so weiter und so weiter. Ja, darüber muss man ja reden, weil der Islam explizit ja auch die Bibel erwähnt, Jesus, ganzen Propheten und so weiter und so fort. Ja, das ist perfekt. Du machst einen guten Job. Ja, danke. Ich bin auch seit zwei Monaten hier, ich mache das Gleiche. Echt? Welche Sprache? Welche Sprache? Ich versuche auf Arabisch, weil die meisten Muslime hier kommen, die ein bisschen Ahnung vom Koran haben, die sprechen ja Arabisch. Ja. Alle anderen kühlen gar nicht, wissen gar nicht, was da drin steht, wie Afghaner oder Türken oder so. Ja, genau. Deswegen, ich spreche auch selber Arabisch und ich versuche die ganze Zeit, wenn Leute reinkommen, fragen hier, was steht in deinem Buch. Du findest das vielleicht auch so in Sorte Tauber, Eier 5 oder Eier 29, sowas. Und dann, ja, ich versuche diesen, wie soll ich das sagen, so. Ja, was sie nachsuchen und wissen jetzt hier, ein bisschen mal reinschauen, was da drin ist. Was ist das für ein Gott, der sagt, geh töte andere Menschen. Was ist das für ein Gott? Aha, da siehst du mal, was das für ein schöner Gott ist. Ja. Okay, mein Lieber, dann wünsche dir noch viel Erfolg. Ich hoffe natürlich, dass du zum Glauben in den Herrn Jesus Christus kommst. Ja. Ja, mein Schatz. Du wirst ja nicht totgehen und dann wirst du ja vor dem Herrn stehen. Deswegen solltest du dir auch Gedanken machen darüber. Ich mach mir Gedanken. Dankeschön. Gott segne dich und deine Familie. Danke dir auch. Viel Spaß. Viel Glück. Ja. Mach's gut. Ja. Möge der Heim so seine Augen öffnen. Ja, mein. Ah, mein. Möge der Arbeit tritt Früchte. Ja. Unsere Arbeit ist ja auch eure Arbeit. Ohne euch geht das ja nicht. Ne. Der Herr benutzt ja auch meine Arbeit. Auch jeden einzelnen von euch, ne. Und durch das ganze Leiden, die Geschenke kommen wir ja immer weiter in irgendwelchen Rängen. Das ist ja das Kranke. Ich komm jetzt sofort wieder, ihr Lieben. Danke für alles, ne. Ganz schön komisch. Gottes Segen, ihr Lieben. Gott segne euch und eure Familie. Lass dir sein Angesicht über euch leuchten. Können wir es sauber machen. Was gab's heute für Essen? Ich hab äh, Schweinshaxe mit äh, so ein Frühstück Schweinshaxe bekommen. Damit das besser in die Muskeln geht. Lecker, lecker Schweinshaxe. So, ich geh mal wieder auf Inkognito. So. So, dankeschön. Auf dich hab ich die ganze Zeit gewartet. Wo warst du die ganze Zeit? Und weg. Das war wieder zu viel. Ja, Bruder Amir, Bruder Amir. Was kann ich für dich tun? Bruder Amir ist hier. Der Bruder Amir. Der Bruder Amir. Bruder Amir, Bruder Amir. Kämpfst du noch? Kämpfst du noch? Hörst du nicht die Dschihadisten? Hörst du nicht die Dschihadisten? Die wollen dich bekommen. Der Bruder Amir. Das ist ja. Der Bruder Amir. 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 Kämfst du noch? Wenn ich zur DSDS gehe, votet ihr dann alle für mich, ihr Lieben, für einen Dr. Cheikh Avouami, damit ich wenigstens ein paar Runden weiterkomme. Das wäre sehr lieb von euch. Ruft für mich an. Ja, danke. Danke, danke. Grazie, grazie. Ach ja, es ist herrlich. Das Wetter draußen ist so herrlich. Ich bin hier in diesem Hetzmobil gefangen. Und ihr seid irgendwo auf der Arbeit gefangen. Ihr müsst auch schön irgendwo in irgendeinem Zimmer sein und was weiß ich was, wo ihr euch auch gerade befindet. Ich bin im Hetzmobil, der andere ist im Büro, die andere macht dies, der andere macht das, was der andere macht jenes und so weiter und so fort. Und irgendwie können wir das Wetter nicht so richtig genießen, ne, ihr Lieben? Ja, Blech, Feierabend haben wir. Ja, shit. Hast du Frühschicht gehabt oder Spätschicht oder was? Zum Glück eine Woche frei. Ja, wie wäre es, sollen wir alle in den Urlaub legen? Sollen wir ein riesen Team bilden? Ein ganzes Flugzeug voll machen, Urlaub ab in den Süden. Ab in den Süden. Mit Dr. Scherer, aber immer mit dem Hetzerteam. Das ist ja heftig, alle zusammen. Alle zusammen. Ja, aber da muss ja das eine Lied dann auch dabei sein, ne? Es geht ja nicht anders. Das wisst ihr ganz genau. Das Lied muss auf jeden Fall dabei sein. Wenn wir schon in die Karibik gehen, dann brauchen wir auch richtig Feeling, ne? Nein, nicht Kamilorin-Song. Nein, nicht Kamilorin-Song. Immer, dieser Song ist richtig auf Karibik. Schön, schön in der Karibik zu sein. Oh, herrlich. Was für ein toller Sommerurlaub. Hey, Jeffrey, bring mir die Kokosnuss. Jeffrey, danke. Voll schön. Jeffrey hat mir die Kokosnuss gebracht. Ich gehe kaputt, ey. Bacardi Feeling. Bacardi Feeling. Das geht mir jetzt richtig gut, ne? So schön Palme, Strand, da, diese Meer und alles wirklich. Boah. Und dann kommt Jeffrey und bringt dir so eine richtig coole Kokosnuss mit so einer Strohhalm da drinne. Und dann kannst du schlürfen und dich sonnen und faulenzen. Und nebenbei, äh, hier, TikTok-Heads-Livestream machen. Da ist er gerade mitten aus der Karibik, war ich weiter hinzündet. Da ist er heftig. Da ist er selbst im Urlaub, gibt der Schech nicht auf, heftig. Nee, kein Rücksuch, kein Aufgeben. Niemals. Nee, meinst du sicher, ey. Nee, besser nicht, kein Chicha. Hallo. Ja. Hallo, ich habe eine kurze Frage. Ja. Ähm, kennst du Holy? Ich kenne Heilig, ja. Nein, nein, ich meine, dieser TikToker. Holy Spill. Ja. Ich weiß nicht, ob das war jetzt oder so. Ich habe diese Videos nicht gesehen oder so. Aber er hat gesagt, keine Ahnung, dass du, dass du, sechs, keine Ahnung, er hat gesagt, dass du... Geh mal weg, mal, krank oder was. So Werbung für so einen Trottel hier zu machen, ey. Mach weg. Der Typ ist so total verdorbene Natur, so richtig ekelhafter Typ, ey. Kann nichts anderes als über andere Übelst ablästern und Dreck verbreiten und so ein Blödsinn, ey. Da kommt so ein noch wahnsinniger Typ hier rein und fragt, so ein Blödsinn, ey, nicht? Unglaublich, ey. Was? Aber das ist das, wenn der Herr euch warnt, ne? Wenn der Herr sagt, sie werden alles Üble gegen euch reden. Ey, das ist genau so ein Teufelskind. Das ist genau so ein Teufelskind. Ja, da haben wir auch recht. Es scheidet sich überhaupt nicht von Muslimen, ehrlich. Richtige. Ich versündige mich wieder, das ist nicht. Schauen wir mal, was hier jetzt ist. Und... As-salamu alaykum. Wie geht's dir, mein Bestar? Ja, dank dem Herrn Jesus Christus wundervoll. Wie geht's dir? Ja. Ach, ganz gut. Ich sag dir, ich kenn dich schon damals von ABK, ja? Ja. Du hast meine Kindheit gepflegt. Ich hab deine Kindheit gepflegt, ey. Ja. Warum zeigst du dich nicht? Warum? Weil ich Angst habe. Mann, weißt du nicht. Ich bin Hamburg. Nein, du hast einfach Angst. Hör auf damit. Nein, Mann. Nein, der ist auch Armin wie du, ne? Wer? Hier, der Ehe. Ja, bist du mein Bestar, alles klar? Mann, kannst du dir das bei ABK eigentlich? Sag ich mal. Nein, ich hab Angst. Wichtig, dass ich mir was angst. Warum hast du denn Angst? Guck mal, du hast Angst, aber bist du auf TikTok gleich. Alles gut? Ja, aber ich hab sehr große Angst. Boah, da haben wir was dran. Weißt du, wie der nicht aussieht, Bruder? Weißt du beide, ey? Ah, hör mal. Oh, da bist du ja. Ich hab sehr große Angst vor euch beiden. Ja, hör mal. Wie du hast Angst? Ich hab sehr, sehr große Angst. Die Reaktion, die Reaktion ist immer gut, ne? Sobald ich mich dann zeige, ah, ja alles gut, ABK. Mach weh. MASHALAH. Auf uns, ich bin wirklich fertig, mein Lieber. MASHALAH, MASHALAH, mach nochmal, ey. Das ist unglaublich, ey. MASHALAH, MASHALAH, mach nochmal. MASHALAH, 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 MASHALAH. MASHALAH, 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 MASHALAH. MASHALAH, MASHALAH. MASHALAH, MASHALAH. Zu freizügig, stimmt, ey. Was soll ich denn machen bei 30 Grad Sonne? Ich bin hier kaputt am Gehen, ey. Ihr seid wenigstens zu Hause im Schatten. Die ganze Zeit... Die Sonne knallt hier rein, ey. Hätte ich diese Klimaanlage nicht, weil die ganze Zeit... Die haben Öl, die ganze Zeit. Unglaublich. Die ganze Zeit scheint die Sonne innen hier bei mir rein. Übel, übel, übel. Ja, am besten Hijab anziehen, ehrlich. Mohammed Hijab. Ich muss mir nochmal dieses Interview reinziehen. Warte, ja, Mann. Der hat einfach den Islam ruiniert. Islam ruiniert. Deutschland. Wie cool, wie cool ist das bitte? Ja, also wir Muslime gehen davon, dass deine Sichtweise mit viel mehr mit der Sichtweise der Muslime passen würde. Bist du damit einverstanden? Ich würde sagen, dass sie gut mit der Muslime-Idea sind, als es mit der Christen-Ideen sind. Ich würde nicht sagen, dass sie gut mit der Muslime-Ideen sind. Ich wirklich denke, dass Jesus Christus ist crucified. Und dass er wirklich wirklich tot und tot und tot und tot und tot ist. Ich bin nicht interessiert, ob Jesus Christus war der Sonne von Gott, und ich glaube, dass Jesus wirklich gedacht hat, dass er der Muslime-Ideen ist. Ich glaube, dass Jesus wirklich gedacht hat, dass er der Muslime-Ideen ist. Ich glaube, dass das historisch richtig ist. Ich möchte nicht, dass du mit so einem typischen Menschen wie diesen Typen da erwähnt, der von meinem Bruder die Adresse leaken wollte. So ein kranker Mensch ist das, weißt du? Das wusste ich nicht. Ich bin... Ja, das ist sehr, sehr klar. Ich habe... Welcher Mensch geht hier und sagt, ich verkaufe... Da ist er mit so einem anderen Typen, mit seinem ganzen Kumpel da live und sagt, ich habe Adresse von ihm. Lass uns mal die Adresse bei so ein paar Dschihadisten verkaufen und sowas. Ich wusste es nicht. Ich will nur wissen, welchen Apolo geht nicht. Zuhören soll er nicht. Deswegen habe ich gefragt, ob... Ich habe nur zwei Lives von ihm, ich kenne ihn ja nicht mehr. Ich habe es nicht mal vor seiner Haustür stand, ehrlich. Weil der Herr Jesus Christus in mir immer noch mich beruhigt bei so einem Thema, ehrlich. Ja, er hatte ja recht, ich wollte nicht, ob das stimmt. Die Adresse von meinem Bruder zu verkaufen, also Dschihadisten, und das findet er gut, wenn sein Kollege das in einem Livestream sagt. Ist das zu fassen? Das wusste ich nicht, tut mir leid. Deswegen will ich gar nicht, dass überhaupt hier über den geredet wird oder gar keine Aufmerksamkeit, nix, gar nichts. Sorry. Kannst du mir über andere Dinge reden, andere positive Dinge? Ja, tut mir leid. Ich würde es nicht kennen. Danke, Glückwunsch, ey. Das war ein widerlicher Mensch, das ist echt. Ja, okay, dann... Ich brauche das Segen. Mal segne dich und deine Familie, mein Junge. Danke. Ciao. Macht's gut, ciao. Ja, das ist heftig, ey. Meine Schwägerin hat mir das dann damals geschickt, hat die da Livestream von ihm da beobachtet. Ey, was der da von sich gibt, als hätte er so eine Psychose erlitten oder irgendwie der Steck unter Psychose oder was. Da findet er das ganz schön, lacht er sich so kaputt mit diesem anderen komischen Freak-Freund von dem da, ja, ich hab die Adresse von seinem Bruder, soll ich, von Ex-Muslim und seinem Bruder, soll ich die mal als so Dschihadisten verkaufen, über was die da reden. Über was die da reden und der Typ, der lacht sogar noch dabei. Wie ekelhaft kann man nur sein? Wie ekelhaft und dreckig und dämonisch. Ja, da seht ihr, was für ein Geist dahintersteckt, ja. Ekelhaft. Ich würde nicht mal von meinem größten Feind ihm sowas machen. Und ich hab ja von einigen die Adresse hier von irgendwie von den ganzen Quorteams. Aber mach das trotzdem nicht. Hallo. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Hallo, Ex-Muslim. Ich wollte eine kleine Message an dich ausrichten. Ja, Message mal. Guck mal, in letzter Zeit war mein Glauben an den Herrn Jesus Christus ein bisschen geschwächt, ne? Ja. Und durch deine Videos und deine Highlights, du hast mich total gerettet. Also, deine Videos haben wieder mein Glauben zurückgeholt. Und ich danke dir sehr, sehr vom Herzen. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Es war alles nicht umsonst. Wundervoll. Alles klar. Vielen Dank aber auch für deine Videos. Mach stolz so weiter. Ja, Amen. Wundervoll. Möge dir Herr dich segnen, behüten und beschützen. Du hast die beste Entscheidung meines Lebens getroffen. Du gleichfalls. Lass dich zu deiner ersten großen Liebe. Denn du weißt, der Herr Jesus ist deine erste und letzte Liebe. Deine erste große und richtige Liebe ist der Herr. Und deine letzte große Liebe ist auch der Herr Jesus Christus. Ja, das ist es. Amen. 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 Und lass dich nicht von irgendwelchen Leuten beeindrucken, sondern fokussier dich auf den Herrn. Lass dich zu, dass Menschen dir Böse antun wollen, sondern überwinde das Böse immer mit Gutem, ne? Das werde ich. Amen. Okay, möchtest du noch was wissen? Willst du noch was sagen? Ähm, nein, eigentlich nicht. Das war das Einzige. Okay, mein Lieber. Dann, wenn noch was ist, dann kannst du mal wieder reinkommen, ne? Okay. Was, was, was hat dich denn so, was war so der ausschlaggebende Punkt? Gab es so ein Video, wo du gesagt hast, boah, das war heftig, so wo ich gesagt habe, okay, ich muss wieder umkehren zu Jesus Christus, ne? Und mich stärken. Ähm, ich weiß nicht mehr, welches Video das war, aber da, wo du gesagt hast, dass der Allah ein Sadist ist und diese, diese... Mit dem, äh, mit dem Eisen in den Hintern rein, ne? Genau, genau das. Das wird eine der krankesten Stellen im Islam, also Koran. Ja, ich habe mich auch total tot gelacht. Das ist heftig, ne? Das ist absolut nicht bescheuert. Für diejenigen, die das noch nicht wissen. Der Allah ist so sadistisch drauf, dass er das gesamte Eisen der Erde nimmt, daraus einen Ring formt und das in den AMUS der Menschen reinschiebt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das gesamte Eisen der Erde. Der formt daraus Herr der Ringe und dann macht er das so rein. Mit Zumbuku, Kamehameha und was weiß ich, was der da macht. Das ist so krank. Das kannst du keinem erzählen, was der Allah da macht. Einfach, der macht Genki Dama da rein. Das ist unfassbar. Sehr gut. Suche 69 Vers 32, Hammer. Sehr gut. Und natürlich hier, Suche 929 hat mich natürlich auch wieder dazu gebracht, zum Herrn Jesus Christus zurückzukehren. Ich meine, alle töten, die nicht an Allah glauben, das ist doch krank. Heftig, ne? Ich meine, das ist doch keine Religion, das ist doch... Ja, sehr gut, sehr gut. Ich bin stolz, wirklich. Ich bin so glücklich darüber, dass du so Verstand an den Tag gelegt hast. Einen Moment, bitte. So, ich bin wieder da. Ich denke, dass alle diese Leute füllen. Ich denke, dass alle von ihnen füllen. Ja, mein Lieber. Ja, wundervoll. Ich freue mich richtig für dich, wirklich. Dankeschön. Ich bin richtig begeistert auch, ehrlich. Dass so viele junge Leute auch zum Glauben finden durch diese ganze Arbeit, ne? Mhm. Ich habe sogar Freunde von mir auch durch deine Videos wieder zum Glauben gebracht. Das ist ja unglaublich, ne? Hammer. Zum Beispiel meine damalige Freundin habe ich wieder zurück zum Glauben gebracht. Halleluja, wundervoll. Das ist einfach nur Hammer. Ja, sehr gut. Wundervoll. Immer weiter, man. Lern davon, nimm das, teil das. Und setz das ein in deinen Gesprächen an das Gelernte. Das werde ich auf jeden Fall machen. Okay, mein Lieber, dann hören wir uns dann später, oder was, Lukas, wenn was ist, ne? Ja, klar. Okay, ciao. Tschüss. Ach, sehr schön, Halleluja. Wirklich, haben wir. Wirklich, haben... Das waren keine Männer. Und der auch. Hallo. Schäm. Ah, fixier. Ich glaube, da ist keiner. Ah, fixier. Wie? Da muss man... Dich hört man nicht. Ich glaube, irgendwas läuft da. Frisch kochen mit Malefix gelingt. Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht? Sei mal dein Gesicht. Schäm dich, Junge. Schäm dich, einfach geh in der Ecke. Was soll ich auf? Ehrlich. Warte mal aufs Pfeil, aber das kann doch nicht bauen werden. Schau mal, wenn du ein Guter wärst, ne? Würdest du deine Eltern nicht traurig machen? Du bist doch kein Sohn, Mann. Schäm dich, geh in meine Ecke. Ich glaube, du schämst nur so ein Zeugs, was du da machst. Ich glaube, deine Eltern schämen sich um dich. Denkt er, wenn es... Ja, ehrlich. Ich bin Familienvater. Wenn ich so einen Sohn wie dich hätte, ich würde mich schämen. Ich bin auf der Arbeit. Ist einfach nur kaputt, Herr Börner. Das bist du für einen Sohn, der seine Eltern der Religion schlecht macht. Was bist du für ein Sohn, Mann? Raus! Ja, die sind stolz auf ihren Sohn. Die denken, oh, das machst du sehr gut, mein Sohn. Meine Eltern sind immer stolz, egal was ich mache. Egal. Die stehen immer zu mir. Immer. So sind Eltern. Eltern, die lieben einen auch, wenn du sowas machst. Das ist genauso wie mit Gott. Gott weiß, dass wir so der letzte Haufen sind, aber trotzdem liebt der Herr uns. Versteht ihr? Mit unseren Fehlern und Schwächen und alles. Und trotzdem hält der Herr uns aus und alles. Versteht ihr? So ist das genauso wie mit, wenn du einen... Wenn du Vater oder Mutter bist. Du wirst immer wieder deine Kinder in den Arm nehmen, auch wenn sie gegen dich gesündigt haben und auch wenn sie gegen dich Übles gemacht haben und so weiter und so fort. Du wirst also immer wieder wie ein liebender Vater oder eine liebende Mutter dein Kind in den Arm nehmen und es sagen, dass du es ohne Ende liebst. Ich liebe dich, ich liebe dich, mein Kind. Und genauso ist der Herr Jesus Christus auch. Ich liebe dich, mein Kind. Und hier, guck, damit wir das auch haben. Schaut euch das bitte an. Du, mein Ein und Alles. Ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Ich kenne alle deine Wege. Selbst deine Haare habe ich alle gezählt. Alle. Ich habe dich nach mir geschaffen. Ich habe dich im Körper deiner Mutter gemacht. Amen. Meine Augen sahen dich, bevor du empfangen und geboren wurdest. Und all deine Tage habe ich in dein Buch geschrieben. Amen. Ich habe nur gute Gedanken für dich. Gedanken des Friedens und nicht des Leids. Vertraue mir deine Wege an. Denn ich bin immer für dich und mit dir. Ich sorge für deine Gerechtigkeit. Du musst dich nicht vor mir fürchten, denn ich liebe dich. Amen. Ich gebe dir von ganzem Herzen mehr Gutes, als du dir je vorstellen kannst. Amen. Denn ich bin ein vollkommener Vater. Ein vollkommener Vater. Ich will dir immer Gutes tun. Ich will dir immer Gutes tun. Denn du bist mein wertvollster Schatz. Amen. Meine Gedanken über dich sind zahlreicher als der Sand am Meeresstrand. So sieht's aus. Voll Liebe zu dir bin ich ergriffen und sprachlos. Ich bin so begeistert von dir, dass ich nur jubeln kann. Mehr als du je erbitten oder dir vorstellen kannst, kann ich für dich tun und dir schenken. Amen. Wenn dein Herz schmerzt oder zu brechen droht, dann bin ich nahe bei dir. Ja, bin ich dir ganz nahe. Ich tröste dich. Ich tröste dich. Eines Tages werde ich jede Träne von deinem Auge abwischen. Ich bin dir immer treu, weil ich dich mit ewiger Liebe liebe. So sieht's aus. Der Einzige, der wirklich ewig treu ist, ist der Herr Jesus. Mit einer ewigen Liebe, die Gott uns nur gibt. Nicht wie Menschen uns geben, denn diese Liebe, die der Herr uns gibt, kann uns kein Mensch geben. Ja, bedingt hier auf der Erde. Toll. Und da hast du wieder Streitigkeiten und dann, was ist das denn? Was ist das? Toll. Aber der Herr Jesus Christus hat seine Liebe dadurch bewiesen, als wir noch Sünder waren und wir Freimütigkeit haben, zum Throne Gottes zu kommen, um unsere Schuld vor ihm zu bereuen. Und er hat sein Leben am Kreuz vor uns gelassen. Alleluja. Und nichts kann unsere Liebe trennen. In ewiger Liebe. Das ist nicht nur ein Psalm, das sind mehrere Verse aus der Bibel, die eine gesamte Geschichte erzählen. Hammer, ne? Er redet und beweist genau mit den Worten aus Psalm, aus Exodus, aus den Briefen der Evangelie, aus den Evangelien auch von Briefen des Paulus, Apostels Paulus und so weiter und so fort. Eine wundervolle Liebesgeschichte, ne? Hammer. Dein Gott. In Liebe, dein Gott. Abonati. Abonati. Von dem war Adam überhaupt den Prophet von dem? Ein Adam, ein Prophet. Von dem war der ein Prophet. Das wäre die ganze Menschen. Nein. Abonati. Wer war denn der Prophet der Chinesen, wenn er alle 124.000 Besannte gesetzt hat? Wo ist das Buch von den Chinesen? Er hat doch Bücher hier abgesagt. Dann haben sich alle Bücher verfälscht. Alles verfälscht. Das ist doch nicht Gott dann. Der lässt alles zu, dass alle Bücher verfälscht werden, dass jeder die Schuld hat, ihn fertig zu machen. Das ist der Sinn, der Blut hat. Das ist doch ein unzähliges Hass. Damit du nach der Wahrheit zust. Amen. Damit du nach der Wahrheit zust. Wer ist die Wahrheit? Der Herr Jesus Christus. Johannes 14,6. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Und das nimmt niemand. Abonati Land. Ja, ja, ja. Tesla Hahn wurde aus der Untersuchungshaft entlassen. Nachdem ich unglaublich viele Videos über ihn gemacht habe und aufgeklärt habe. Genauso wie ein Maestro oder wie ein Anas Islam. Der Tesla Hahn ist aus dem Gefängnis raus, ihr Lieben. Habt ihr das gehört? Tesla Hahn wurde aus der Untersuchungshaft rausgelassen. Jetzt hat der richtig Schiss bekommen. Ich werde nicht mehr den Content machen, den ich vorher gemacht habe. Ich werde mich davon distanzieren. Jetzt hast du die Kacke am Dampfen. Entschuldigung, da ich schon rede. Jetzt hast du natürlich das Ganze am Dampfen. Ja, ja, der war im Gefängnis. Der war ja im Gefängnis. Ihr hört euch das selber an, was der sagt. Andere Content Creator und und... Ja, und es wird auf jeden Fall nicht das Ende von Tesla Hahn sein. Warte mal. Was sagt der? Tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, die Finger verbrannt, ja. Bin zu weit geraten. Ja, siehst du. Deswegen haben wir uns gewundert, was nützt das denn, wenn du sowas machst? Du weißt doch, wie Deutschland ist. Du kannst ja nicht einfach solche Dinge sagen, ohne ungestraft davon zu kommen. Deswegen habe ich dir gesagt, die eine Sache ist Islamkritik. Berechtigt. Da ist jeder mit jedem. Weil diese Religion ja ultra schlimme Dinge hervorzuheben hat. Oder hervorbringt. Worüber man absolut Kritik äußern könnte. Und kann. Und sollte. Aber die andere Sache ist dann auf einmal hinzugehen und auf einmal zu sagen, ja, Gaza-Kinder, sollte man so und so und dies und das und jenes und erschießt das Kommando. Und habt ihr nicht gesehen. Das ist Wahnsinn, Mann. Hätte man wenigstens mit gleichermaßen gemessen. Ja, die Leute haben den ja auch aufs Übelste beleidigt. Die haben den ja rassistisch beleidigt. Hätte man wenigstens die Accounts gezogen werden. Und da gab es ja genügend. Ja, die haben den ja als irgendwie diese ganzen asiatischen, rassistischen Sachen da. Ja, das war so ein Schlagabtausch zwischen Muslim und ihm. Er beleidigt, sie beleidigen. Er beleidigt, sie beleidigen. Ja, genau. Ja, wenn der Anwalt gut ist, dann kann er natürlich das als Gegenwehr quasi. Also die haben den dann aufs Übelste beleidigt. Und seine Familie und so dies, das zum Abschuss freigegeben. Und da hat er genauso zurückbeleidigt. Und sie zum Abschuss freigegeben. So. Wie wird es das denn anders dann irgendwie als Anwalt regeln? Ja. Das ist natürlich heftig. Und jetzt haben die die ganzen Tonträger und sowas von ihm weggenommen. Gangen, das sehe ich auch ein. Und ja, ich entschuldige mich auch. Ich entschuldige mich tatsächlich bei den Muslims und werde das nicht mehr tun. Aber ich überlege mir, ich habe tatsächlich ein bisschen Zeit gehabt zu reflektieren. Auch für Seelsorge habe ich mich interessiert oder mein Interesse geweckt in Richtung christlichen Glauben. Und ich werde versuchen, ja, den Glauben weiter auszuentfachen und mich da weiterzubilden und ein neues Leben anzufangen. Ja, und es wird auf jeden Fall nicht... Ja, ich hoffe, dass du natürlich Buße tust, falls du das hörst, Tesla-Hahn. Ich hoffe, dass du Buße tust, umkehrst, deine Schuld bereust und dem Herrn Jesus Christus dienst und eventuell dann Aufklärungsarbeit machst. Das ist was ganz anderes, als da die Leute dann die übelsten Sachen an den Kopf zu werfen, ne? Ja, wir können ja für ihn beten, für den Tesla-Hahn. Das ist dein Auge. Ja, und alles in allem bin ich jetzt glücklich, dass ich draußen bin. Ich hoffe, ihr begleitet mich weiterhin, ja. Danke für euren Support, ja. Die Anwaltskosten werden explodieren, das heißt, wer supporten will, der Link ist geteilt, ja. Und wer mich auf dieser Reise weiter begleiten will, gerne. Wer nicht, schade, aber ihr wisst, weswegen ich die Sache ändern muss, ja. Und auch will, ja, früher oder später. Ich sage mal so, es ist besser, dass es so ausgegangen ist, als andersrum, ja. Ihr wisst Bescheid, also... Ja, der Tesla-Hahn braucht einen Crash. Das wäre schon eine gute Sache. Hallo, mein Lieber, Gott segne dich. Wie geht's dir? Ich muss jetzt was raus. Ich muss jetzt was sagen. Bist du katholisch, oder? Was? Hey, wieder nach, bist du ein wiedergeborener Kind Gottes. Ja, ich höre dich, ja. Lass mir zu, Max. Bist du katholisch? Du hast die Bibel angenommen. Nein, ich bin nicht katholisch. Ich bin ein wiedergeborener Kind Gottes. Äh? Ich bin ein wiedergeborener Kind Gottes. Okay, aber du hast die Bibel angenommen, richtig? Warum schickst du mir die Meldung? Lass mir doch zu. Ich komme mit dir reden. Ja, aber warum schickst du mir die Meldung an Frage? Ja, okay, mach keine Meldung an Frage, okay. Du hast die Bibel angenommen, richtig? Oder den Koran? Ich habe den Herrn Jesus Christus angenommen, als mein Herrn und Heiland. Okay, ich auch. Ich habe den Koran gelesen, oder? Du auch? Warum? Warum du sich... Ich auch, Mashallah. Das Kreuz hieß du. Ich habe... Warum sagst du denn Mashallah? Oh, bloß, lass mich zu. Ich habe die Bibel gelesen, ich habe den Koran gelesen, oder? Warum machst du dich dann lustig über die anderen? Ja, weil Allah sich lustig über dich und deine Familie macht. Was macht sich da? Allah macht sich lustig. Ja, der sagt, dass du und deine Familie schlimmer seid als Tiere. Ist das in Ordnung? Siehst du, genau, das ist das Problem. Du beleidigst mich jetzt. Du, als Gottes Kind, beleidigst du mich jetzt. Siehst du? Ich habe dich beleidigt, oder habe ich gesagt, wer dich beleidigt? Du hast mich jetzt beleidigt, richtig? Habe ich gesagt, ich habe dich beleidigt, oder habe ich gesagt, dass der Allah dich beleidigt hat? Okay. Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgabe ist, solche Menschen wie dich aufzuklären. Genau. Damit du ein wenig deine Sichtweise änderst. Okay, klär mir mal auf. Du hast einen fliegenden Gott zu sehen, weil dein Gott Vater Sohn Heiliger Geist ist, und der Gott des Islams ist einfach ein fliegendes Bein. Und der Herr Jesus Christus ist ja der ewige Sohn Gottes, und der Koran lehnt das vehement ab und verflucht mich, dich und alle, die daran glauben. In Sura 9, Vers 30. Okay. Ja, da siehst du, Allah beleidigt dich und deine Familie, er verflucht dich, und du sagst mir, warum redest du über sowas? Was soll das? Nein, nein, du hast ja mich über meine Familie gehört, aber das wollte mich nicht verstehen. Du hast das immer noch nicht verstanden? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es gesagt, du hast mir doch einen Vorwurf gemacht, warum redest du über das andere Buch? Habe ich gesagt, ja, das Buch redet über dich und deine Familie, und Allah sagt, dass du und deine Familie schlimmer seid als Tiere. Bist du damit einverstanden? Nein. Aha, siehst du, jetzt haben wir eine Grundlage, jetzt haben wir eine Grundlage, dass du das nicht akzeptierst und die Muslime jetzt konfrontieren kannst. Und sagst, hör mal zu, was ist das für ein Buch, das meine Familie und mich beleidigt? Wer sagt denn das? Wo steht denn das? Steht denn das? Steht denn das? Ich bin jetzt gerade draußen. Ich bin draußen, ich muss ja an die, ich bin da hier in einem Bus, ich muss raus, ihr könnt ja nachher mit dir sprechen. Eins, oder wo bist du? Eins, muss denn, du bitte. Du bist ein guter Mensch, oder? Wo bist du, in der Schweiz, oder? Du bist ein guter Mensch, oder? Ich bin in der Schweiz, ich bin, ich komme aus dem Vatikan, Vatikan, Italiano, Italiano. Ah, ja, ja, ja. Ich lebe für Gott, weißt du? Ich sage dir, weißt du? Du darfst, oh! Ich lebe für Gott, weißt du? Ich lebe für Gott. Aber ich finde deinen Kunden, finde ich gut, aber für den Koranen, du bist auch ein bisschen gemeint. Ich habe mir doch was vor, als wärst du ein bisschen verwirrt, ey. Ohne dir jetzt nachzutreten. Nein, warte, warte, ich bin gerade draußen, eine Minute. Warte, ich bin nicht verwirrt. Soh! Und so Er ist ein Fahrer. Er will mich zum Moslem machen. Er will mich zum Moslem machen. Er will mich zum Moslem machen. Zum Moslem. Jetzt bin ich raus. Jetzt kann ich dich auch machen. Jetzt kann ich dich therapieren. Hallo, jetzt muss ich dich. Soll ich dich therapieren, Bro? Ja. Ich habe den Koran gelesen und die Bibel gelesen. Richtig? Nein, du nicht. Ich therapiere die Leute. Hä? Aber warum machst du dich lustig über den Koran? Das ist doch auch nicht... Du verbreitest eine Hassrede. Hassrede? Ja, hast du nicht Angst, dass irgendwann mal auf der offenen Straße... Ja, was ist das? Hä? Hä? Bis jetzt muss ich mich auch hin. Das ist ja gut, dass du sagst. Hä? Bis jetzt muss ich mich auch hin. Bis jetzt muss ich mich auch hin. Hä? Was ist das? Ja. Fortuna. Fortuna. Was? Ex-Muslim. Bist du da? Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Redest du mit mir oder mit wem redest du da mal? Ich rede mit dir. Ich höre dich. Ich bin mit dir. Ich bin jetzt da. Hast du nicht Angst... Hör mir zu mir. Hast du nicht Angst um dein Leben, dass irgendwas mal passiert da draußen? Der Apostel Paulus sagt in Philippa 1,21, Christus ist mein Leben zum Sterben ein Kind. Ja. Du bist ein guter Kerl, aber gewisse Sachen bin ich nicht einverstanden. Ja, ob du damit einverstanden bist oder nicht, mach trotzdem weiter. Darum will ich dich jetzt therapieren, weißt du? Zum besseren Menschen. Warte, ich therapiere. Tschüss. Ciao, ciao, Bello. Ciao, Bello, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Bello. Komm das nächste Mal wieder. Oh, ja. Wie heißt das Lied nochmal? Wie heißt dieses Lied nochmal? Nenanane. Nanana. Nananana. Nandanin. É... Der war irgendwie von allem etwas. Warum redest du so über den Koran? Warum redest du über ein Buch von anderen? Ja, aber dieses Buch redet über dich und deine Familie. Beleidigt dich und deine Familie. Wo beleidigt? Wer beleidigt? Du hast heute meine Familie beleidigt. Wie meinst du das? Ich? Allah beleidigt doch deine Familie, nicht ich. Das war ein Hybrid. Ja, genau. Das war ein Hybrid. Jetzt habe ich voll den Ohrwurm von dem Lee. Oh, danke. The greatest, the greatest. Ich komme jetzt sofort wieder, ihr Lieben. Miss ist gut, kauf es dir nächstes Mal. Hey! Tschüss. Tschüss. Hallo. Willst du was sagen oder willst du da irgendwie mit dir selber sprechen? Hallo. Wie fertig die Menschen sind. Guten Morgen, Max. Guten Morgen. Guten Morgen, Max. sehr schön das hört sich doch gut an du wie war das noch mal mit tierdings sind mit dem kopftuch von von der frau von muhammad wieso wieso müssen die eigentlich kopftücher tragen ja weil der aber die sauda beim kacken erwischt hat er gesagt sauda wir erkennen dich dass der hijab fest kommt und dann hat natürlich allah mit umar übereingestimmt und dann kam der hijab aufgrund wegen dem machen der frau und die muslimas denken dass sie total geehrt werden weil gott sie daraus erwählt hat einen überwurf über ihren kopf zu tragen und aktuell ist es ja sehr warm draußen und dann gibt es natürlich so eine leckere obstsorte die man ja gerne ist dies von außen grün in rot mit kerne dies eigentlich nur zum verzehren gedacht dachte ich immer aber bei anderen religionen ist sie nicht nur zum verzehren gedacht das ist das richtig das ist absolut korrekt maßnahmen nehmen und dementsprechend dann dem ganzen dann schön also sollte man bei denen niemals eine wassermelone und wenn da wenn da irgendwie doch da drinnen wäre dann auf gar keinen fall das ist schon da ist schon eine feine religion ok mein lieber gott segne dich danke dich auch ja tschau ok tschau ja 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 da ja 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 Ah, das ist schön. Ich komme sofort, Elie. Armin, wie lange bist du live? Ich glaube schon seit zwei, drei Stunden. Zwei, drei Stunden. 30, sind gleich 30k. Wie, wir haben immer noch nicht 50.000 erreicht? Wahnsinn. Drei, zwei, eins. Jetzt alles mal neun. Alles mal neun für die 50.000. Alles mal neun. Ja, die meisten sind auch von euch, glaube ich, arbeiten oder was? Das geht nicht so einfach. Ja, ihr könnt die Autoklicke auch laufen lassen oder was? Das ist auch gut. Aber Dankeschön. Hallo, Armin, Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Gott segne dich schon einfach. Armin, ich habe eine Frage. Wir sind ja jetzt im Jahre 2024. Ja. Was hat das damit zu tun? Also ab wann wurde die Zeit gezählt? Ab Jesus' Geburt? Oder wie kam, oder vorher schon, hat das was mit der, mit Jesus' Geburt zu tun, dass die Zeitrechnung? Ja, unsere Zeitrechnung ist ja nach dem, nach dem Todesfall des Herrn. Ja. Das heißt, der Herr Jesus Christus ist historisch bewiesen so, weil die ganze Welt geht ja mit 2024. Ja, genau. Richtig. Und die Muslime, deren muslimische Zeitrechnung ist nach der Hijjah von Mohammed. Das ist dann die muslimische Zeitrechnung. Ja. Achso, das heißt, die sind gar nicht im Jahre 2024. Jetzt. Sie sind gerade mal im 14. Jahrhundert stehen geblieben, deswegen verhalten die sich auch so. Ja, okay. Ja, das war meine Frage, Amir. Gottes Segen und danke, dass es dir gibt. Okay, Gott segne sich und deine Familie. Danke, auch dir. Ja, deswegen sind sie noch im 14. Jahrhundert und deswegen ist auch dieses Gewaltpotenzial noch da. Ja. Sehr, sehr heftig. So, gucken wir mal, was der Tesla noch zu sagen hat. Auf jeden Fall für alle euren Support, ja. Und versuchen wir uns jetzt mit positiveren Sachen zu befassen. Zumindest werde ich das machen, ja. Bestimmt haben die denen im Knast geraten, sei wie Ex-Muslim. Bestimmt kam der Staatsschutz oder Verfassungsschutz. Jetzt haben sie gesagt, der macht doch so ein Content wie Ex-Muslim. Der macht das doch gut. Der Junge ist doch richtig, ein feiner Kerl ist das doch, der gute alte Ex-Muslim. Er weiß doch, wie man das hier macht in Deutschland. Er weiß doch, wie man das schön auf den Tisch haut und aber auch noch schön tolle Aktionen hier bringt. Mach es wie der Ex-Muslim. So sieht's aus. Ganz einfache Kiste. Ja. Oder nicht? Die sind bestimmt da reingegangen in die Zelle und haben gesagt, wir müssen mal mit dir ein klärendes Gespräch führen. Kennst du diesen jungen Mann? Da haben die ein Tablet genommen und haben die dir mein Bild gezeigt. Ja, so. Da hat er gesagt, ja klar kenn ich den Dr. Scherer. Das ist eine Living Legend. Ja und dann haben die bestimmt gesagt, ja wie wäre es, wenn du mal so ein bisschen sein könntest wie der Ex-Muslim. Ja. Da hättest du natürlich einen tollen Content. dann würden dich natürlich sehr viele supporten. Und dann würdest du auch einen schönen Beitrag zu dieser Gesellschaft leisten. Sei einfach wie Ex-Muslim. Und alles wird gut. Ging euer Gott auf Klo? Also meinst du Allah, der auf einem Stuhl sitzt und unter seinem Stuhl Spermien rausgeschossen kommen? Oder wie meinst du das? Ja. Im Buch von Al-Hakim. Imam Al-Hakim. Band, sage ich dir, Band 5 auf der Seite 697. Müllmann ist auch gut. Ja, Müllmann ist richtig gut. Der gute alte Müllmann. Was kommt schon wieder? Bestehen. A. Du bingst. Butler. Damit ging dann nochmal. навер�ere ich nie. So, warte mal. Diese Religionsgemeinschaft in Ruhe lassen, ja. In allem bin ich jetzt glücklich. Breaking news. Ja. Das war Italien. Italien hat gestern angefangen. Was? Ja, guck mal, was? Was haben Sie gesagt, werteste Dame? Kann ich Sie aufklären über den Herrn Jesus Christus? Darf ich Sie aufklären, wer der Herr Jesus Christus ist? Ich bin glücklich. Oder soll ich Sie aufklären, was Al-Ikrim-Bitch ist? Hallo. Ja, leg los. Ja, also was denn zuerst? Jesus oder Al-Ikrim-Bitch? Komm, mach Jesus. Okay. Der Herr Jesus Christus kam vor über 2000 Jahren auf diese fluchbeladene Erde und hat uns auf meine Herrlichkeit verlassen. Sie hat mir keine Ahnung. Sie hat keine Ahnung. Welche Menschen wie ihr, die von morgens bis abends, die haben sie reingeholt. damit ihr eines Tages auch errettet seid, ne? Weil ihr wisst ja, dass ihr nicht perfekt seid. Ich glaub, erzählt der immer noch. Junge, Junge, Junge. Kann man den nicht irgendwie rausmachen? Na klar. Wie kann man den rausschmeißen? Wir kriegen nachher Sperre wegen dem. Leider Gottes, ne? Ich weiß nicht. Hey, Anneliese, du musst mir zuhören, Anneliese. Komm, wir gehen alle raus und dann gehen wir alle wieder rein. Nein, nein, warte, ich weiß wie, warte. Ja? Also, da ist es doch, da, warte. Der ist raus. Hey, was ist denn hier? Ihr hört das Evangelium? Nein, du kannst ihn nicht rausmachen. Der kann nicht selber gehen. Wieso? Der hat sein Leben am Kreuz gegeben. Auch für so eine wie dich, die gerade Hamburger am Essen ist. Am frühen Morgen. Hallo. Was mit dir? Willst du noch bleiben? Nee, bestimmt nicht. Geh jetzt raus. Wie kannst du nur, ey? Hör mal, geht was? Was für Menschen, ehrlich, ey. Die eine ist schon Hamburger am frühen Morgen, ey, richtige Dings. Wie nennt man das da? Der, äh, Ricarda Lang? Ja. Heftig, ey. Ja. Würge der Jesus Christus ihn, ihre Augen öffnen. Amen. Hallo? Hallo mein Lieber, Gott segne dich von deiner Familie. Gott segne dich. Ich wollte dir was erzählen. Erzähl mir. Ich, meine Familie und ich sind wegen dir konvertiert vom Islam zum Christatum. Ehrlich? Wallah. Heftig. Mein Vater ist halt, ähm, damals, wo er kleiner war, war er schon Christ. Also der ist als Christ geboren. Weil sein Vater ist konvertiert damals. Okay. Und, ähm, der ist Moslem wieder geworden, damit er meine Mama heiraten konnte. Okay. Dann waren wir alle Moslems, alles Mögliche. Und dann vor sieben Jahren ist er wieder konvertiert. Hat er mir, ich war ein sturer Moslem. Ich war richtig stur Moslem. Ich war so, wirklich so ein Stupsel, bis ISIS hat es gehabt. Gefehlt, weißt du. Und dann hat er mir irgendwann ein Ex-Muslim, also dich gezeigt. Wer hat, wer hat, wer hat dich mich gezeigt? Meinen, meinen Vater. Dein Vater hat meine Videos dir gezeigt. Ja. Boah, ich hab einen Hass auf dich gehabt, nicht nochmal. Heftig. Ich hab mir gedacht, wenn ich den sehe, ich werd den umbringen. Wahnsinn. Ja. Und dann kam immer wieder, ich hab mir deine Videos zum Einschlafen angehört. Alles Mögliche. Und irgendwann mal vor drei Jahren bin ich eingeschlafen, hatte dein Video in der Hand und hatte so ein, ich weiß nicht genau wie die heißen, das ist so eine Gebetskette für Christen. Das ist so ein Rosenkranz. Rosenkranz, genau. Und hatte den in der Hand, ich bin eingeschlafen, das war in Libanon. Und da bin ich eingeschlafen und ich hab auf einmal einen Traum gehabt, weil ich hab Gott herausgefordert. Ich hab gesagt, guck mal, wenn du, wenn es dich gibt, egal welche Religion, auch wenn du, wenn du für die, wenn Hinduismus richtig ist, zeig mir den Weg. Amen. Ich träume, ich schlaf ein und ich wache irgendwie auf in so einem weißen Tempel. Wirklich, ich mein's wirklich ernst, in so einem weißen Tempel. Und da hinten läuft so ein weißer Mensch, in so einem Adaya lang. Und man sah, der hat einen Bart gehabt und ein weißes Gesicht. Und ich sag, ich muss mir zu mir, ey, wer bist du, wer bist du? Er kommt zu mir, tippt mir auf die Stirn, er sagt, mir hat er nicht gesagt. Wahnsinn. Dann hab ich das rum erzählt, hab ich meiner Oma gefragt, die sagt, Subhanallah, du hast Muhammad sallallahu alayhi wasallahu alayhi wasallahu alayhi wasallahu alayhi wasallahu alayhi wasallahu alayhi wasallahu alayhi wa sallam gesehen. Ich so, ja, sicherlich, sicherlich. Dann haben die Feier gemacht, weil ich den Problem getroffen habe. Da hab ich mein Vater erzählt, er sagt, das ist nicht der, ich hab dafür gebetet, dass Jesus zu dir kommt und sowas. Und danach, paar Wochen später bin ich konvertiert. Ich bin jetzt getaust und ich hab einen Hass für Moslein, das ist nicht normal. Ja, heftig. Du hast Hass? Was hast du gerade gesagt? Ich habe wirklich einen, nicht Hass, ich kann nicht Hass sagen. Ich habe so ein Abneigen vom Islam, das ist nicht normal. Achso, jetzt wo du die ganzen Sachen herausgefunden hast, natürlich, das ist heftig. Genau, weil ich habe mir das Buch von Hamad Abdel Salah Samad gekauft, habe mir das auch durchgelegt und das ist echt nicht normal. Sehst du, Hammer, deine Augen sind geöffnet worden. Hallo. Gott sei Dank. Aber dass dein Vater dir meine Videos zeigt, also dein Vater hat die ganze Zeit meine Videos reingezogen, hat er gesagt, das muss ich meinem Sohn schicken, Hammer. Ja, und weißt du, was auch noch ein krasser Punkt war, wie ich dich gefunden habe? Ich habe immer deine Videos geguckt, irgendwann kam dieser Punkt, habe ich nicht mehr so richtig geguckt, weil es wurde langweilig, weißt du? Und dann kam das Video mit ABK, Wallah, durch ABK hat das auch was zu tun. Und ich war übelster ABK-Fan, ey, das fand ich normal. Ja, siehst du, Glück, Unglück, wenn ABK auf mich reagiert hat, Hammer, ne? Ich wusste nicht, dass man seine Reichweite nutzen sollte, Hammer. Ja, du hast das auch gesagt, er sagt, Leute werden wegen dir konvertieren und so. Ich sage, was, ein Idiot und sowas. Und jetzt ist es passiert, krass. Das wollte ich dir halt erzählen, weil nicht mehr damit du weißt, du machst das nicht umsonst. Ja, du machst das wirklich, Hammer. Ja, ich hatte halt oft versucht, die irgendwie zu schreiben, weil ich hatte auch viele Fragen zu der Zeit auch, aber du hast halt nie geantwortet. Deswegen, das ist jetzt gerade so ein... Eine Million Nachrichten, also wie soll ich denn da noch hinterherkommen? Ja, klar. Wirklich? Wirklich. Gott sei Dank, dass es stark war. Gott sei Dank, dass du wirklich ein offenes Herz dafür hattest. Wahnsinn, ey. Ich hatte wirklich gar kein offenes Herz dafür. Wirklich nicht. Ich habe die Christen verspottet. Ich habe die ausgelacht. Aber jetzt ist alles anders. Jetzt debattier ich auch mit meinen Freunden. Meine Freunde lachen mich aus und sowas. Wie dumm ich doch sei. Die ganze Starbe durch diese ganze Arbeit. Das ist heftig. Deswegen, wirklich Dankeschön. Ich kann noch nicht lange reden. Ich wollte halt nur kurz mit dir das sagen, weißt du? Nein, Nachricht. Vielen Dank. Gott segne dich und deine Familie, Mann. Gott segne dich, Armin. Beste Entscheidung deines Lebens. Dankeschön. Okay, mein Lieber. Wenn was ist, dann kommst du immer wieder rein, ja? Ja, ich danke dir wirklich. Danke dir. Gott segne dich. Gott segne dich. Ja. Halleluja. Hammer. Das ist ja genial. Wie viele Leute zum Glauben finden, das ist so krass. Diese Arbeit ist wirklich... Ich hätte das in meinem Leben niemals geträumt, dass das so krass ist. Danke schön, danke. Ja, gepriesen seid ihr, Herr Jesus Christus. Da habe ich mich immer gefragt, warum es so viele Religionsabzweigungen gibt, selbst im Christentum. Und ich bin ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, neun tages Pfingst, glaube ich, heißt das ganz genau. Und da kommen wir eh schon zum Thema eigentlich, weil bei uns war ja immer das große Thema so Adventist oder Pfingst oder was ist jetzt wirklich wichtig, wann ist der Sabbat zu halten und 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 und. Und mir ist aufgefallen, da ich dir ja doch seit zwei, drei Wochen schon so folge, dass du Samstag Ruhetag gehalten hast. Da wollte ich dich fragen, weil du dich anscheinend ja schon viel besser ausgehst mit der Bibel. Wo, ähm, oder wie kommst du darauf, dass Samstag der Ruhetag ist? Geht das irgendwo? Kann man das irgendwo nachlesen? Die Bibel spricht nicht davon, dass wir, ähm, diese Festtage des Alten Testaments halten sollen. Du weißt, was der Apostel Paulus da ging über den Gesetze und den alttestamentarischen Gesetz. Ich habe es nicht dazu gelesen. Jetzt, wenn du das Mosaischen Gesetzes stehst, mit Sabbat halten und sowas, einen Tag in der Woche haben wir dem Herrn gewidmet. Und das nicht wegen dem Sonnengott oder was auch immer. Nein, es ist einfach der Sonntag, der von der Dings festgelegt wurde. Einen Tag in der Woche, dass wir uns versammeln. Eigentlich kannst du jeden Tag eine ganze Gemeinde haben, Versammlungen. Du siehst ja, dass die Menschen sich jeden Tag treffen, um Jesus Christus die Ehre zu geben, miteinander Gemeinschaft zu haben. Gemeinschaft kannst du ja immer haben, immer. Weil es ja auch was Schönes ist, ja genau, genau. Aber grundsätzlich, okay, dann sind wir da eh irgendwie für einer Meinung. Weil ich war auch immer der Meinung, dass es da eigentlich nicht auf den Tag ankommt. Sondern, dass der simple Tag im Endeffekt... Aber wenn du mal sagst, wenn du auf einmal hingehst und die Leute in der ersten Jahr, wir müssen den Sabbat halten. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Dann gehst du ja zurück zum Gesetz und dann hältst du auf einmal alttestamentarische Gesetze, wo du gar nichts mit zu tun hast. Du bist ein Heide, der zum Glauben an Jesus Christus kam. Und nicht ein Jude, der unter Gesetz noch steht. Verstehst du? Ja, ja. Du hast mit dem alten Testament gar nichts zu tun. Nichts, du bist ja kein Jude. Nein, 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 nein. Aber die Geschichte ist ja trotzdem wichtig, dass man weiß eben, wie der Vater, also was der Wille des Vaters ist. Denn Jesus sagte ja auch, er entscheidet nicht, wer links und rechts neben ihm sitzt. Sondern es werden auch nur diejenigen in den Himmel kommen, die den Willen des Vaters im Himmel befolgen werden. Und dazu sehe ich das so, dass es auch wichtig ist zu wissen, wie der Vater, also Gott quasi, eben im Alten Testament, was wirklich sein Wille war, wie er sich das immer vorgestellt hat. Genau, der Wille des Herrn im Alten Testament war für sein Volk, diese ganzen Gesetze, Gebote, Verbote für sein Volk zu geben, bis der Messias kommt. Du siehst, dass Israel sich reinhalten musste durch Gezeiten geführt wird. Und alle anderen Völker hatten nicht das Recht, sich mit Israel zu vermischen, weil die Blutdille des Messias rein sein musste. Verstehst du? Ja. Das ist ja eine Heilsgeschichte, die erzählt wird mit Gott und Israel, seinem Volk. Ja. So, und nach Jeremia 31, 31 hat der Herr einen neuen Bund mit den Heidenvölkern geschlossen. Der Herr schließt ja durch Zeiten verschiedene Bünde mit Völkern ab. Genau. Und der letzte Bund ist ja der Bund mit seinem Sohn, Jesus Christus. Hebräer Kapitel 1, Vers 1 bis 12. Verstehst du? Und der Apostel Paulus sagt ja auch in Galater 3, Vers 10, diejenigen, die zum Gesetze zurückgehen, die sind ja auch unter Fluch. Verstehst du? Wenn du also anfängst, sabbern zu haben, und das auch so leer ist, dann stehst du unter Fluch. Lies einfach nochmal den Galaterbrief, dann wird dir richtig die Augen geöffnet. Der Galaterbrief, sagst du? Ich bin eh dabei, also ich lese es seit einigen Tagen, beziehungsweise seit ich dir folge. So, wie gesagt, du hast mir sehr geholfen, auch wieder zum Graben zu finden. Und ich bin sehr, sehr brav am Lesen und am Informieren. Einfach für mich, weil ich wissen will, wie es ist, was wirklich Tacheles ist. Und ich möchte nicht jemanden fragen müssen unbedingt, was ist richtig, was ist falsch und wie ist das. Sondern ich möchte mich selber davon überzeugen. Ja, wundervoll. Also der Galaterbrief, sagst du, das ist auf jeden Fall sehr interessant, oder? Der Galaterbrief ist ja für die Juden, Christen geschrieben worden, wo der Apostel Paulus denen gesagt hat, dass sie auf einmal wieder zurückgegangen sind zum alten Bund. Da haben die das vermischt, gesetzt mit Gnade. Und da hat der Apostel gesagt, ihr, die hier durch das Gesetz ja so rechtfertigt worden, ihr seid, ihr steht unterm Flug. Und wenn ihr auf einmal die Leute sowas lehrt, dann seid ihr schuldig, das ganzen Gesetzes zu halten. Verstehst du, und keiner, wir wissen ja nach Römerbrief, dass keiner das Gesetz halten kann. Da ist es dann. Okay, okay. Spannend. Ich bin momentan mittendrin beim Evangelium von Lukas. Ich lese auch abends so parallel im Alten Testament mit meiner Verlobten. Und ja, also ich werde da jetzt auf jeden Fall einmal, glaube ich, weil der Galaterbrief, das ist ja gar nicht so viel. Das sind sechs Seiten, wie ich sehe. Genau, das kannst du jetzt schnell lesen. Genau. Weißt du was, ich lasse den Galaterbrief mal abspielen, komm, wir nehmen uns bei. Ja, komm, super. Das freut mich. Ich habe die Bibel auch vor mir, ich schlage mal auf, 1022. Ja, Galaterbrief ist ja wichtig. Galaterbrief. So, das ist ja, genau, Galaterbrief. Genau. Du kannst dich ja stummen und zuhören, oder du kannst rausgehen, wenn du willst. Na, also ich höre gerne mit zu, gell? Gummeln mich mal. Ja, willst du dich stummen oder willst du rausgehen, die Stummen, was willst du machen? Ah, du stimmst dich, okay. Ich bin stummen. Mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe, oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Amen. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Wahnsinn. Und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferungen meiner Väter. Siehst du, der Herr hat sich dabei was gedacht, den Apostel Paulus zu berufen. Denn der Apostel Paulus war einer der größten Pharisäer überhaupt. Ein Schriftkundiger, einer der besten überhaupt, die es gab. Und deswegen hat der Herr Jesus Christus ihn berufen, weil er nämlich so gut reden konnte und so bewandert war in dem Thema Judentum und alles. Kein Wunder, dass der Herr macht keine Fehler. Und der Apostel Paulus ist ja der größte Evangelist aller Zeiten gewesen, der die ganzen Gemeinden gegründet hat und sich nicht zu schade war, für Christus auch Leid zu empfangen. Amen. Als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate, zog auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ging weg nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Heftig. Darauf, nach drei Jahren, zog ich nach Jerusalem hinauf, um Petrus kennenzulernen. Habt ihr das gerade gehört, dass der Apostel Paulus nach Arabien losgezogen ist und dort auch alles evangelisiert hat? Versteht ihr das? Es ist dort Kopien, Schriften seiner Briefe gab, alles. Heftig, ne? Weiter. Und blieb 15 Tage bei ihm. Ich sah aber keinen der anderen Apostel, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch aber schreibe, siehe vor Gottes Angesicht, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gemeinden von Syrien und Zilizien. Ich war aber den Gemeinden von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt als Evangelium den Glauben, den er einst zerstörte. Siehst du? Also der Apostel Paulus predigt auf einmal das Evangelium, das, was er vorhin zerstörte und auch verfolgte. Das ist so krass, wie Gott ihn verändert hat. Guckt euch das bitte an. Diesen Gott ummeinetwillen. Galater 2. Kapitel 2. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 3. Kapitel 5. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 89. Kapitel 9. nicht. Mir haben diese Angesehenen nichts weiter auferlegt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass ich mit dem Evangelium an die Unbeschnittenen betraut bin, gleich wie Petrus mit dem an die Beschneidung, denn der, welcher in Petrus kräftig wirkte zum Aposteldienst unter der Beschneidung, der wirkte auch in mir kräftig für die Heiden, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, reichten Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung wirkten. Nur sollten wir an die Armen gedenken, und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden und Jüdische zu leben? Ah, hast gehört? Da gibt es einige, die auf einmal dich zwingen, jüdisch zu leben. Das heißt, die ganzen Gesetze, die die Juden bekommen haben vom Herrn, so zu praktizieren. Merkst du, dass es so Christen gibt? Ja, warum praktizierst du nicht denn dein altes Testament mit Gesetzen und sowas? Hast du es gemerkt? Aber das ist ja falsch in Wahrheit dann, ne? Das ist sicher. Ja, richtig ist falsch. Wir müssen uns auf die Gnade des Herrn verlassen. Als wäre das Blut des Herrn Jesus nicht kostbar genug, um uns Errettung zu geben. Das ist so Quatsch. Das ist das Spucken auf das Kreuz des Ehren, Mann. Auf die Gnade des Herrn. Wahnsinn. Also ich kann glaube ich von deinem Namen von allen Christen sprechen, die damit aufgewachsen sind, so wie ich, dass man sich damit eigentlich mehr vertraut fühlt, weil man damit reinwächst, aber sich keiner so wirklich damit beschäftigt, um wirklich die Wahrheit für sich selbst so zu erkennen, ne? Wahnsinn. Ja, wundervoll. Es rauscht bei mir, warte mal. Es ist jetzt wieder gut? Es ist jetzt wieder gut? Ja, es hört sich wieder gut an. Vielleicht lässt du es wieder abspielen und dann sieht man nicht. Jetzt ist gut. Ja, alles klar. Jetzt ist super. Alles perfekt. Okay, wir hören weiter, ihr Lieben. Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünde aus den Heiden. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes. Aha, aus Glauben an Christus, nicht aus Werken, die sagen, wenn du so lehrst, die können nicht mal richtig das Matthäus-Evangelium auslegen, als der Herr sagte, wenn sie also so lehrt, wird der Kleinst im Himmel sein. Da war der Herr Jesus noch gar nicht am Kreuz. Man muss gewisse Heilzeitalter einhalten. Da war der Herr Jesus noch gar nicht am Kreuz, hat noch gar nicht das Ganze vollbracht, alles. Das Ganze musste ja so die ganze Zeit weiterlaufen. Das ist ja unfassbar. So, weiter geht's. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Aha. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu lieben. Aha. Jetzt bin ich aber das Gesetz, des Gesetzes gestorben, um für Gott zu lieben. Aus Gnade heraus, siehst du? Heftig, ne? Hör mal weiter. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, nur ganz kurz. Was sagst du? Wenn ich das jetzt richtig verstehe, nur ganz kurz. Das heißt, Jesus ist gestorben und somit und mit ihm damals das alte Testament, sprich das alte Gesetz, und mit seiner Wiederauferstehung treten dann seine Gesetze in Kraft. Warte. Jetzt tritt der neue Bund, die Gnade. Aus Gnade seid ihr rettet, weil kein Fleisch von dem Gesetz gerechtfertigt werden kann. Verstehst du? Die Menschen müssen sich ganz auf die Gnade des Herrn Jesu Christus berufen, weil das Werk am Kreuz reicht vollkommen aus. Das Blut des Herrn reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Nicht das Gesetz reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist auch Blödsinn. Das Blut des Herrn Jesu Christus, das Blut des Lammes. Okay, okay, okay. Verstehst du jetzt, wie genannt es sind? Ja, sicher. Ne? Ich verstehe es voll und ganz. Also ich habe Gnade ausgeladen am ganzen Körper. Siehst du, der Heilige Geist sagt dir gerade, was richtig ist. Halleluja. Das ist das Evangelium. Aus Glauben seid ihr rettet, nicht aus Werken. Ein Wiedergeborener bringt automatisch Werke und somit ist abgeschlossen. Verstehst du? Sobald du über Jesus redest, ist dein Glaube schon komplett. Das war's. Halleluja. Was wird derjenige machen, der sich zu Jesus Christus bekennt? Glaub mir. Irgendwo wird der immer das Herrn erwähnt. Wahnsinn, Wahnsinn. Verstehst du jetzt? Ja. Hammer, ne? Wir hören weiter. Wir hören weiter. Galaterbrief ist so stark. Und das kristallisiert so klar und deutlich raus. Und der Apostel Paulus verkündigt ja kein anderes Evangelium. Die Apostel wie Petrus, Johannes haben genau dasselbe. Alle sich auf die Gnade berufen und sind nicht zurückgegangen zum alten Bund und haben die Leute gelernt, wir müssen Sabbat halten und sowas. Nein! Wir sind losgezogen, haben das Reich Gottes verkündigt. Das ist unfassbar, Mann. Hören wir weiter. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Aha! Hast du das gehört? Wenn durch das Gesetz diese Rettung kommt, dann ist ja Christus vergeblich gestorben. Hast du gehört? Und deswegen spucken die auf das Kreuz des Herrn. Das ist Wahnsinn. Die nennen uns Gesetzlose. Das ist krank. Wir stehen unter Gesetzen des Christus und nicht unter dem alten Bund, mosaische Gesetze. Die halten ja überhaupt gar keine Heilzeitalter ein. Das ist das Wahnsinn. Die vermischen alles miteinander. Alte Bund, Neue Bund, Gesetz, gerade alles. So ein Riesenwirrwarr. Und das meint der Apostel Paulus, wenn er sagte, ein wenig Sauerteig in den Teig, verdirbt den ganzen Teig. Verstehst du? Ja. Leute, ich kann euch nur empfehlen, schlagt die Bibel mit auf, lässt euch das mit durch. Es ist unfassbar, was ihr da an Lernen mit rauszieht. Selbst wenn ihr das alles schon irgendwo kennt. Alles gut, wunderbar. So einfach. Wir hören weiter. Wir hören weiter, damit die Leute das auch drin haben. Weißt du? Das ist sehr gut. Kapitel 3 Aha. 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 Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Siehst du? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind. Amen. Diese sind Abrahams Kinder. Amen. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen gesegnet werden alle Völker. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Unter dem Fluch! Denn es steht geschrieben, siehst du, jeder, der anfängt, die Gesetze des alten Bundes noch zu halten, obwohl der Messias kam und den neuen Bund eingeleitet hat, der steht unter Fluch. Das würde ja bedeuten, dass ein Katholik, ein, ich weiß nicht, ein Adventist oder all die Religionszweige im Christentum ja einfach falsch sind, dass die einfach falsch abgeleitet wurden. Ja, aber die Katholiken halten ja kein Gesetz aus dem alten Bund. Nein, das machen sie nicht. Naja, aber die sind ja auch sehr materialistisch unterwegs. Die beten ja... Keiner, keiner von den Großkirchen. Das machen nur einige Sektierer, die sich so neue, neue, was weiß ich, was da gegründet haben, neue Gemeinden und angefangen haben, da irgendwie den Sabbat total zu heiligen und alles. Ja, die gehen dann wieder zurück zum Grund und vermischen Gesetz mit Gnade. Das ist das heftig. Das sind so Judaisierer, nennt man die auch. Judaschristen. Okay, cool. Okay, wir hören weiter. Der Apostel Paulus erklärt das so klar und deutlich. Weiter. Bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Amen. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Ja. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein... ... vorbeurteilt wird. Aha. Denn es schrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen abrat... Der Herr Jesus Christus hat ja den Fluch der Erde, also den Fluch der Sünde, auf sich genommen mit seinem Tod. Wir sind ja mit Fluch beladen. Die Sünde, der Fluch der Sünde ist ja auf uns. Unser Stammvater Adam, der ja den Fluch in diese Welt gebracht hat, als er übertreten hat im Garten Eden und herausgeschmissen wurde. So, und der Herr Jesus Christus hat das wieder gut gemacht. Der zweite perfekte Mensch. Das raffen die Muslime ja auch gar nicht. Sie wissen ja gar nicht, dass durch einen Menschen die Sünde in die Welt kamen und durch einen perfekten Menschen die Sünde aus der Welt getragen werden musste. So sagt es ja die Bibel. Verstehst du, der Messias musste ja kommen, damit das wieder, ähm, quasi wieder, du weißt schon, damit das wieder, äh, diese Einheit vollzogen wird. Das ist so glasklar, ne, das ist so heftig. Hören wir weiter. Amts zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Brüder, ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen, und dieser ist Christus. Das aber sage ich. Ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, so dass die Verheißung aufgehoben würde. Denn wenn das Erbe durch Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung. Dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt, und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem, Gott aber ist einer. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes? Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Ja, genau. Aber die Schrift hat alles unter die Sünde zusammengeschlossen, damit die Verheißung aufgrund des Glaubens an Jesus Christus denen gegeben würde, die glauben. Aha. Bevor aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der geoffenbart werden sollte. Siehst du, wie der Apostel Paulus immer wieder differenziert zwischen Gesetz und Gnade, Gesetz und Gnade und das Ganze erklärt, was es heißt mit dem alten Bund, neuen Bund, wie er perfekt im Einklang redet mit dem Neuen Testament, mit dem Evangelium Gottes, das Evangelium Jesu Christi. Halleluja. Er betont das ausdrücklich. Er ist ein Lehrmeister geworden auf Christus. Was sagst du? Er betont das ausdrücklich. Immer wieder, ja. Siehst du, wie das sich rauskristallisiert? Immer und immer wieder. Er sagt, Leute, ihr sollt nicht zurückgehen zum alten Bund. Hört auf damit. Wofür ist denn Christus denn gekommen? Damit ihr wieder zurückgeht zum alten Bund und Gesetze haltet oder was? Nein, ihr steht unter Christi Gesetz. Pass mal auf jetzt. Hör mal. Okay. Damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Siehst du, aus Glauben gerechtfertigt. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hinein getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Amen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. So sieht's aus. Wenn ihr aber Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Das mit dem Samen, mit dem guten Samen und den anderen Samen. Da hätte ich auch eine Kleinigkeit, weil ich ja im Alten Testament doch parallel dazu lese. Da hat es ja früher den Samen gegeben, also Noahs Samen, der errettet wurde durch die Sintflut. Ja, und Gott hat ja den Bund dann mit Noah geschlossen, dass das quasi nie wieder passieren soll. Und da gibt es ja jetzt einen Regenbogen, der als Zeichen dazu dient. Und jedes Mal, wenn wir ihn dann sehen, sollen wir erinnert werden. Und nicht nur, sondern auch Gott daran, dass das nie wieder passieren soll. Ja, wie ist das denn jetzt? Der schlechte Samen wurde ja damals ein für alle Mal ausgerottet grundsätzlich. Ist es inzwischen wieder so, dass es mehrere schlechte Samen unter uns gibt, der quasi vom Teufel über die Jahrtausende so führt wurde? Das verstehe ich nicht ganz ehrlich gesagt. Weil eigentlich, wenn ich das ja so hernehme, wurde der schlechte Samen ein für alle Mal damals ausgerottet. Und trotzdem ist so viel Boshaftigkeit unter uns. Ja, der Herr hat ja, wie gesagt, verschiedene Bünde mit verschiedenen Völkern eingegangen. Auch siehst du den Bund mit Noah, Bund mit Abraham, Bund mit Mose und so weiter, mit jedem Propheten. Ja, aber wenn wir alle eigentlich von Noah stammen, der damals ja der gute Samen war, sag ich mal. Dass der Teufel das über die Jahre, über die Zeit, dass die Menschen manipuliert hat, den Samen verschlechtert hat, verdorben hat, oder wie ist das zu verstehen? Das geht mir nicht ganz ganz. Weil eigentlich haben wir alle den guten Samen in uns. Was sagst du? Ich sag, eigentlich müssten wir alle den guten Samen in uns tragen, ne? Ja, denn Samen hat der Herr ja gesetzt bei den verschiedenen Propheten durch die ganze Blutlinie. Du siehst ja auch, dass der Herr auch der Sohn Davids genannt wird, verstehst du? Ja. Und dass er der Spross Davids ist. Und dass er aus der Blutlinie dieser ganzen Propheten kommt, die über ihn reden, den Messias. Und da hat der Herr durch Gezeiten die ganzen Propheten geleitet, geführt, sein Volk geführt, bis hin zum Messias, bis er kam. Und dann wurde der Retter im neuen Bund geboren. Und dann ist der Samen gesetzt, der gute Samen, den der Herr gesetzt hat. Aha, okay. Okay, okay. Wir hören weiter, wir hören weiter, wir hören weiter. Einen Moment, so. Galater 4. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, dem Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Aha. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. Abba. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes, durch Christus. Hey. Einen Moment, Werbung. Damals aber, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Nun aber, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, Wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Ja, heftig. Werdet doch wie ich, denn ich bin wie ihr. Ich bitte euch, ihr Brüder, ihr habt mir nichts zu Leide getan. Ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, wie Christus Jesus. Was war denn eure Glückseligkeit? Denn ich gebe euch das Zeugnis, dass ihr wenn möglich eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Was? Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht in edler Weise, sondern wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Das Eifern ist aber gut, wenn es für das Gute geschieht, und zwar alle Zeit, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt, wie gerne wollte ich jetzt bei euch sein und in anderem Tun zu euch reden, denn ich weiß nicht, woran ich mit euch bin. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Hört ihr das Gesetz nicht? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Sklavin, den anderen von der Freien. Der von der Sklavin war gemäß dem Fleisch geboren, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse, das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar, denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem, und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei, und dieses ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst, denn die Vereinsamte hat mehr Kinder, als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaak Kinder der Verheißung. Doch gleich wie damals der nach dem Fleisch Geborene, den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was aber sagt die Schrift? Treibe die Sklavin hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Sklavin soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also, Brüder, nicht Kinder der Sklavin, sondern der Freien. Amen. Kapitel 5. Kapitel 5. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Aha. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützt. Ja. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ja. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wahnsinn. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Amen. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Da habe ich doch gerade eben gesagt. Siehst du, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Hempf dich, ne? Siehst du, da ist das, Galater 5. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Und das sollen wir nicht tun. Wir sollen uns auf die Gnade des Herrn Jesus Christus verlassen und dementsprechend uns auch einstellen, so zu wandeln, wie Christus uns haben möchte. Und zwar, ja, heilig. Amen. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, ihr Brüder, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Ja, genau. Oh, dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Freiheit. Freiheit. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch. Genau. Sondern dient einander durch die Liebe. Amen. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, indem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Hast du gehört? Gott, daran hängen die ganzen Propheten und die gesamte Bibel. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir nur diesen einen Satz praktizieren würden, jeder Mensch auf der Erde. Meinst du, da hätten wir überhaupt noch Probleme hier auf der Erde? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Wir hätten nicht ein einziges Problem mehr. Das ist so traurig. Da gibt uns Gott die Möglichkeit, unseren Nächsten zu lieben. Und da steht in dem Buch, was willst du denn Gott für eine Ausrede finden, wenn du sagst, du warst doch schuld Gott, du hast dieses ganze Leid entstehen lassen. Er sagt, ich habe dir die Möglichkeit gegeben, einander zu lieben. Du hast dich nicht auf mich gehört. Du willst mich anklagen, während ich dir mein Wort gebe und du hättest darauf hören sollen. Du hast viel Liebe, hast du dich damit beschäftigt, wie schön dein Urlaub gebucht wird. Anstatt du dein Leben geben sollst. Ja, wahr. Und jetzt machst du mir Vorwürfe, so würde Gott, ich könnte mich nicht heftig. Das ist einfach die Wahrheit, auf den Tisch geklagt. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Der Herr gibt uns ja die Garantie, wenn wir nur auf sein Wort hören würden. Wahnsinn, ne? Meinst du, dann würde es irgendwelche Konflikte hier auf dieser Erde geben? Nein, die Menschen würden sich lieben und untereinander helfen. Wie schön das wäre, wirklich. Natürlich, wir hätten das Paradies auf Erden, wenn wir auf Christus hören würden. Heftig, ne? Wahnsinn. Gut. So sieht es aus. So sieht das aus. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus in aller Ewigkeit. Wir hören weiter. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Siehst du? Der Apostel Paulus, sag mal. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Ja. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ja, genau. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Ehrgeiz, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Harte Werbung. Wie heftig der Apostel bei uns. Kapitel 6 Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zu richten und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen, denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Amen. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So sieht's aus. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Seht, welch einen langen Brief ich euch geschrieben habe mit eigener Hand. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Von mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Amen. Hinfort mache mir niemand weitere Mühe, denn ich trage die Mahlzeichen des Herrn Jesus an meinem Leib. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder. Amen. 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 Siehst du, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch allen, aber es heißt immer, die Gnade Gottes sei mit euch allen. Und hier vergleicht Christus, hier vergleicht Apostel Paulus Christus mit Gott. Heftig, ne? Ja, das ist ein Wahnsinn. Wunderschön. Wundervoll. Jetzt, wie klar und deutlich das ist, Gesetz und Gnade, wie der Apostel Paulus das erklärt hat. Unfassbar schmied. Ja. Deswegen verlasse dich auf die Gnade. Lass dir von niemandem irgendwas einreden. Das sind ja alles Nichtigkeiten. Im Gegensatz zu das, was Christus da am Kreuz vollbracht hat. Tue ich auch nicht. Also ich bin auch sehr, sehr vorsichtig geworden mit meinem Umfeld, auch mit den Gemeinden, mit den Kirchengemeinden und so weiter und so fort. Tatsächlich, obwohl ich seit geborener Christ bin, habe ich mich eigentlich recht später zu entschieden, mich taufen zu lassen. Und ob du es glaubst oder nicht, am Tag der Taufe, beziehungsweise am Vortag der Taufe, hat mich der Teufel versucht und ich habe gesündigt. Okay. Und am Tag der Taufe, am trauffolgenden Tag, wollte ich die Taufe dennoch machen. Denn ich wusste, Sünde hin oder her, ich möchte mich trotzdem Jesus Christus bekennen. Ja, Amen. Und jetzt kommt, ob du es glaubst oder nicht, der Pastor am Tag der Taufe, hat mich, glaube ich, eine halbe Stunde vor der, vor Beginn der Taufe, draußen alleine gesprochen, mit meinem Vater an meiner Seite. Und der hat mir die Taufe ausgeredet, mit der Begründung, dass ich nicht bereit sei, ich solle weiterhin Buße tun, ich solle erst mal Veränderung zeigen und, 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 bevor ich das tue. Und der hat mir so ein schlechtes Gewissen damals eingeredet, dass ich tatsächlich auf die Taufe verzichtet habe an dem Tag, einfach weil ich so ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich am Vortag eben gesündigt hatte. Und bis heute bereue ich diese Entscheidung. Also ich glaube, das war der größte Fehler meines Lebens, dass ich mich da verleiten habe, Lasse vom Pastor. Und das war für mich auch wieder so ein Zeichen, dass nicht alle die Kirche gehen gleich im, wie soll ich sagen, im Geiste wandeln, sagen wir es so, auch ganz schön. Ja, sehr, 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 sehr. Ja, hast du dich aber wenigstens noch daufen lassen? Nein, ich habe es vor, auf jeden Fall. Also ich habe ja jetzt Gott sei Dank wieder zu Jesus gefunden. Ich komme dem jeden Tag näher und mein Ziel ist es, auf jeden Fall, mich daufen zu lassen. Also ich suche auch, ich schaue mich auch um, wo und wann. Und bei der nächstbesten Gelegenheit möchte ich das auf jeden Fall machen. Ich möchte keine Zeit verlieren, denn wer weiß, vielleicht ist es ja in ein paar Wochen, ein paar Monaten ja schon zu spät. Ja. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Also hast du das jetzt begriffen, alles, ne? Vielen herzlichen Dank an mir, wirklich. Gott segne dich und deine Familie. Ich auch, gell. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich verfolge dich weiterhin. Und ja, mach's gut. Mach's gut, ciao. Ciao, Papa. Hat er gerade gesagt, du auch, Papa? Ach ja, der Österreicher sprechen so. Ja, stimmt. Mach's gut, Papa. Papa Amir. Mach's gut, Papa. Papa Amir. Was ist das denn? Das bin ich. Was lachst du, Ex-Moslim? Lach nicht. Autopübe eines Euro-Sicher-Moslims. Ich bin auf jetzt 10 Prozibel. 0 von 10 gefällt mir nicht. Lach nicht. Schotter, steh mal mit 21, 70. Na ja, ich lach durch Ex-Moslim mal auf. Autopübe von einem Euro-Sicher-Moslims. Du lach alleine. Geh mal Depressionen weiter schiebe. Geh mal raus mit der Welt, die ist Prozibel. Das war was gemacht. Aber alles andere ist erlaubt. Live ist für ein bestimmtes Publikum eingeschränkt. Widerspruch. Hm. Live-Reaktion, ja, komm. An alle Jugendlichen, die... Aber am Ende werden die sowieso alle verloren gehen, weil ohne den Herrn Jesus Christus geht jeder Mensch verloren, ob er will oder nicht. Und jedes Knie wird sich beugen, ob er will oder nicht. Mein Lieber, am Tag des jüngsten Gerichts wird er doch kommen und er wird über uns alle richten. Ja, genau. Ja, genau. Mal posten, er kommt zurück, um zu richten. Ich dachte, es gibt nur das gerechte Richten von Gott. Wie kann denn Jesus Christus Richter sein? Ja, nee, nee, nicht richten. Uns gerade richten. Uns gerade richten, genau. Der wird uns gerade richten. Der wird uns gerade machen. Wir waren vorher so und jetzt macht er sonst wieder gerade Menschen. Das kann man sich auch gut merken, ne? Sai Bukhari, einfach viermal die zwei, ne? Der Gesandte Gottes sagte, bei ihm, in dessen Hand meine Seele ist, wird der Sohn Mariams, Jesus, in Kürze als gerechter Herrscher unter euch Muslimen herabsteigen. Das Kreuzbrechen, das Schweintöten und so weiter und so fort. Training nachgelassen. Für dich reicht es trotzdem. For you is good. Was ist das denn? Da haben wir rein. Ja, guck mal, das kann ja alles sein. Also, wie ein lächerlich ist das, bitte. Wie der Bibel heißt es, dass die Leute zu ihm kamen halt bei seiner Geburt, und anbeten vor diesem Baby, die er war für mich angebetet haben. Ein Baby! Ja, das ist ein bisschen hart. Genau, Matthäus 2, Vers 11, ne? Matthäus, Kapitel 2, Vers 11. Und sie beteten den Herrn Jesus Christus als Baby schon an. Matthäus 2, Vers 11. Matthäus 2, Vers 11. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin, und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut, und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind, in St. Maria, seiner Mutter, da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Mürre, ne? Ja, hier, der schläft hier wie so ein kleines Kettensäge. Hör auf, du Kettensäge! Nachher denken die, ich pupse hier noch. Nein, ich denke, ich pupse. Es gibt ja bestimmt so einige Kandidaten, die denken, guck mal, was er da macht. Hey, steh auf, steh auf, steh auf. Oh, der will liegen bleiben. Ja, das ist meine Versicherung, falls einer von denen kommt. Falls einer von denen kommt, ich werfe den einfach so dahin. Geh, greif! Greif einfach! Habt ihr meine zwei heftigen Dings gesehen? Meine zwei krassen, sag mal schnell, zwei krassen Pitbulls, die ich da gepostet habe auf Instagram. Von meiner Schwägerin. Die zwei Pitbulls von meiner Schwägerin. Tja, was soll ich machen, wenn die kommen? Da muss ich die Hunde einfach so dahin werfen. Hier, nimm, nimm! Bull, Zwergspitz, ja genau, Zwergspitz. Warte mal. So, gucken wir mal. Einen Moment. Die zwei Pitbulls, die werden mir dann helfen. Das sind die zwei Pitbulls, die mir helfen werden. Meine zwei Pitbulls. Heftig, ne? Süß, ne? Zwei Pitbulls. Zwergspitz-Pitbulls. Richtige Pitbulls. Man sagt, kaputt. Ja, wenigstens, die denken sich dann auch besser nicht in die Nähe von Hunden kommen, ne? Flying Dogs, genau. Flying Dogs. Ich komme jetzt wieder, ihr Lieben. Ich bin sofort wieder da, einen Moment. So, ein schönes Bild. Jetzt bin ich doch da. Jetzt ist das Original ja da. Ja, widerspruch nicht genehmigt. Widerspruch nicht genehmigt. Bei mir wird nie irgendwas genehmigt. Widerspruch nicht genehmigt. Ich werde die ganze Zeit, ähm, wie sagt man, eingeschränkt. Wiedereinschränkungen, Einschränkungen, Einschränkungen, Einschränkungen. Einfach nur Katastrophe, ehrlich. Einfach nur Katastrophe. Aber mir kann ich etwas sagen, bezüglich dem neuen Bundes? Was möchtest du denn sagen? Komm jetzt. Ja. Gott segne dich und deine Lieben. Gott segne auch dich und deine Lieben. Ich danke dir. Ich habe das mitgehört mit dem neuen Bund die ganze Zeit, was Paulus schrieb. Ich muss sagen, diese Bezeichnung, die wir wenden, das ist einfach nicht korrekt, weil der neue Bund eigentlich mit Israel geschlossen wird am Ende. Aber bevor jetzt Empörung ausbricht, ich glaube nicht, dass wir das Gesetz halten müssen und dass wir sind unter dem Gesetz Christus. Klar, wir werden durch Gnade gerettet und das alles. Aber die Bezeichnung, der neue Bund, der ist eigentlich für Israel gedacht. Der ist für Israel gedacht? Ja. Ist das alles okay bei dir oder was ist das? Ja klar. Alles okay. Also der ganze Galaterbrief ging quasi einfach raus. Verstehe mich nicht falsch. Wenn du guckst im Neuen Testament, da gibt es kein Bibelfest, der den neuen Bund mit der Gemeinde in Zusammenhang bringt. Also du verwechselst gerade die 144.000, die der Herr auserwählt hat, die errettet werden aus Israel mit dem neuen Bund dann, ne? Ja, was heißt verwechseln? Ist das nicht der Fall? Nein, das sind die 144.000, die nach der Entrückung, nach der Brangsalzeit, nach diesem ganzen Wahnsinn Rettung finden. Das sind die 144.000 Auserwählte aus Israel. Ja, das weiß ich. Und die Folgen dann, ne? Ja, aber das ist nicht der neue Bund, der eingeleitet wurde. Der neue Bund ist der in Matthäus 24, als der Herr, ne Matthäus 14, als der Herr den Kelch hochhebt und sagt, dies ist der neue Bund. Ne, Matthäus 26, Entschuldigung, Matthäus 26. Warte mal, ich gucke mal gerade, weil ich frage mich die ganze Zeit, ich finde das nicht so. Was war das, Matthäus 26? Matthäus 26, als der Herr Jesus Christus beim Abendmahl den neuen Bund einleitete. Dies ist der neue Bund, das Blut, das zur Vergebung der Sünden vergossen wird, für alle, die daran glauben wollen. Okay, was, weil ich mich wundereite. Da hat er den neuen Bund eingeleitet, aus Jeremia 31, 31, ne? Okay, aber jetzt in, da steht in Jeremia 31, das ist für Israel, das check ich nicht. Nein, der Herr wird einen neuen Bund mit den Heidenvölkern schließen, das sind wir alle. Und der neue Bund wurde durch das Blut Jesu Christi eingeleitet, am letzten Abendmahl, wo der Herr das explizit ja erwähnt. Okay. Dass der Sohn des Menschen ausgeliefert wird und das Blut zur Vergebung vergossen wird, verstehst du? Lies mal mit dem Matthäus 26. Matthäus 26, wohnert. Damit du das selber mit deinen Augen liest. Lies mal besser, wenn man es selbst liest, damit da keine Bund. Ja, ich lese die ganze Zeit, deswegen, ich habe mich gewundert, wo ist dieser neue Bund, ja? Deswegen, ich habe nur bezüglich Israel gefunden, ja? Auch in Hebräer 8 steht, das ist für Israel gedacht. Nein, Israel hat seinen Bund schon gehabt. Israel hat ja seine irdische Verheißung. Und die Braut Christi ist ja die himmlische Verheißung, ne? Es gibt ein irdisches Volk Gottes und es gibt kein himmlisches Volk Gottes. Und wir, die wir für Christus, also in Christus sind, sind das himmlische Volk Gottes, nicht das irdische. Warte, warte, Bruder. Was war das? Matthäus 26, sagst du? Matthäus 26, genau. Ab Vers 14 müsste es sein. Aber du kannst ab Vers 10 lesen. Oder lies einfach Matthäus 26, das ist nicht viel. Du kannst ja bis 27 lesen, oder was? Und es geschah, als Jesus all diese Worte beendet hat, sprach er zu seinen Jüngern. Ihr wisst, das ist in zwei Tagen das Passat ist. Ja, langsam und lauter, bitte, damit wir was brauchen. Und es geschah, als Jesus alle diese Worte beendet hat, sprach er zu seinen Jüngern. Ihr wisst, das sind zwei Tage das Passat ist. Und dann wird der Sohn des Menschen ausgeliefert, damit er gepreuzigt werde. Aha. Da versammeln sich die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten des Volkes im Hof des Hohepriesters, der Kajafas hieß, und hielten miteinander Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Als nun Jesus in Bethanien im Haus Simons das Aussetzte war, da trat eine Frau zu ihm mit einer alabasteren Flasche vollkostbaren Salbwels und goss es auf sein Haugut. Während er zu Tisch saß, als dass seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Man hätte dieses Salbwels doch teuer verkaufen und den Armen geben können. Als es aber Jesus bemerkte, sprach er zu ihnen, warum bekümmert er diese Frau? Sie hat auch ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, nicht aber habt ihr in die Startzeit. Damit, dass sie dieses Salbwels auf einem Leib goss, hat sie mich zum Begräbnis bereitet. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese getan hat, zu ihren Gedenken. Da ging einer der zwölf namens Judas Ischariot hin zu den grobesten Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate? Und sie sitzen 30 Silberlinge fest. Von da an sucht er eine gute Gelegenheit, ihm zu verraten. Weißt du noch, Arsene, bekommst du meine Streams mit, als ich sagte, wo finden wir das im Alten Testament, das mit den 30 Silberlingen, die Prophezeiung? Ich habe das gehört, aber den Stream habe ich nicht gehört. Wo ist das? Zacharia 11, 12. Kannst du dir sehr gut merken. 11, 12 einfach. Zacharia 11, 12. Da hast du es. 11, 12. Schreib mir das auf. Ja. Okay. Was mich irritiert, ist halt diese Bezeichnung Israel, ja. In Jeremia 31, 31 und auch in Hebräer. Nichts weiter hast du her. Du bist ja noch nicht fertig. Diesmal weiter. Ein bisschen lauter. Und bereiteten das Passat. Als es nun Abend geworden war, setzte er sich mit den Zwölf zu Tisch und während sie aßen, sprach er wahrlich. Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da wurden sie sehr betrübt und jeder von ihnen fing an, ihn zu fragen. Ja, doch nicht ich. Er antwortete und sprach, der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe, jenem Menschen, die stehen der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jeden Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet und sprach, Rabbi, doch nicht ich. Er spricht zu ihm, du hast es gesagt. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kölsch und dankte und gab ihm denselben und sprach, trinkt alle da raus, das ist mein Blut, das des neuen Bundes. Aha, hast du gehört? Das ist mein Blut, das des neuen Bundes aus Jeremia 31, 31. Aber warum die Bezeichnung Israel? Nein, du verwechselst da einiges, man. Du darfst nichts durcheinander bringen. Das Blut des Herrn Jesus Christus ist die Einleitung des neuen Bundes, was den alten Bund mit Israel, das irdische Volk, jetzt aufhebt und der Herr Jesus Christus mit den neuen Völkern, den Heidenvölkern abschließt. Und jeder Mensch, der sich darauf beruft, soll selig werden. Das Blut des Herrn Jesus Christus wäscht uns von aller Sündereien. Matthäus 26. Ja, merkt ihr das? Matthäus 26 ist die Einleitung des neuen Bundes. Die Muslime wissen ja gar nicht, was alter Bund, neuer Bund ist, wofür das Ganze. Die machen sich gar keine Gedanken darüber, das ist unglaublich. Was ist dieser Bund in Jeremia dann? Das ist am Ende dann der Drangsal oder was? Ja, das ist eine Prophezeiung, dass der Herr Jesus Christus sagt, in seiner göttlichen Form, dass er einen neuen Bund schließen wird mit uns, den Heidenvölkern. Und das ist der neue Bund, den der Herr Jesus Christus eingeleitet hat, aus Jeremia 31, 31. Das ist der neue Bund. Okay, lass uns spüren's mal. Das Blut zur Vergebung der Sünden. Das hast du ja gerade gelesen. Ja, ja. Das ist mein Blut, dass ich vergisse zum Neuen, dass der neue Bund ist. Das irritiert der Herzhaft. Das hat es vererlebt. Das steht jetzt, das künftige Heil Israels und der neue Bund, ja. Ja, siehst du. Das ist verwirrend. Du darfst nichts durcheinander bringen. Du musst die Bibel im Einklang und im Kontext immer lesen. Nichts durcheinander bringen. Das kann sehr, sehr böse enden. Ja, schau mal jetzt. Erster Vers. Ja, zu jeder Zeit spricht der Herr, werde ich der Gott aller Geschlechter Israels sein. Und sie werden mein Volk sein. So spricht der Herr. Ja, genau, das sagt der Herr ja in Johannes Kapitel 10, als er sagt, es wird nur eine Herde geben und es wird nur einen Hirten geben. Verstehst du? Damit will er sagen, es gibt nur einen Gott und eine Gemeinschaft, die an mich glaubt. Und das sind meine Schafe, die meine Stimme hören. Verstehst du? Wie glasklar. Hammer, ne? Du musst also immer auch die Parallelstände in deinem Kopf haben, was der Herr meint. Natürlich, aber was soll das mit den aller Geschlechter Israels? Ja, aller Geschlechter Israels und auch den Heidenvölkern. Es gibt ja innerhalb Israels Menschen, die zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommen und ihn als Messias erkannt haben. Natürlich. Das ist nicht auch. Ja, die werden auch später noch kommen, klar, das ist diese Schafe, die da steht. Genau, und dann gibt es noch die 144.000 Auserwählte, aber damit haben wir nichts mehr zu tun. Das ist aus der 70. Jahrwoche Daniel. Da sind wir schon drückt. Ja, genau. Ich verstehe halt, weil wie gesagt, es macht Sinn, was du sagst. Was mich irritiert ist, dass diese Bezeichnung Israels, weil wir sind ja definitiv abgesondert von Israel. Aber jetzt weißt du es, ne? Ja. Ich sage auf jeden Fall den Vers jetzt, weil ich habe da gesucht, Gemeinde und Neue Bund. Ich danke dir dafür, mein Bruder. Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch. Vielen Dank. Ciao. Ciao. So, mal gucken, was er zu sagen hat. Welche schöne Stimme an den Tag legen möchte. Ja, ich habe einig. Ah, ich brenne. Hallo. Hallo, mein Lieber. Habe ich jemanden? Hi, Armin, kurz sehen wir dich. Ja, das ist richtig, dass er das immer wieder sagt, weil dann ja auch wirklich dann für alle Ewigkeiten, dann, ihr wisst schon, ich hoffe natürlich, dass er eines Tages zur Vernunft kommt, dass er es nicht mehr macht dann. Ja, hallo, hallo. Ach so, okay. Ja, ich war verwirrt, weil irgendwie, als ich drin war, war auf einmal so ein Schein mit der Runde. Ja. Ich wollte fragen, du warst ja vor ein paar Tagen bei so einem englischsprachigen Ex-Muslim Stream, der auch arabisch gesprochen hat als Muttersprache. Ja, Ahmad Ex-Muslim, ja. Ja, genau. Da hat er irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Tafsir war oder was auch immer das war, da hat er so eine Stelle gezeigt, gestand, dass Allah ein, du weißt schon was hat und dass das ein Kind hat. Ja, das habe ich leider nicht mehr bekommen, aber ich muss dir mal anschreiben, dass er mir den Link mal bitte sendet, dass der Allah zwei, ja, du weißt schon was hat. Ja, das war krass. Hey, Edith. Ja, weil das Heftige ist, ich war ja da drin und die Sachen, die er da ausgepackt hat, also das ist ja schon im Deutschen heftig, was man finden kann. Aber auch arabisch, das war ja noch krasser. Ja, das bleibt uns ja verborgen. Du weißt ja gar nicht, was für ein Schund sich in den Büchern befindet. Das ist unglaublich. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, diese Religion ist zum Scheitern verurteilt, ne? Ja. Ja, Armin, das... Ich schätze, dass er den Herrn Jesus Christus hatte, ehrlich. Ja, er hat auch danach irgendwie... Einer hat den gefragt, einer, der auf der Suche war, der meinte dann irgendwie, was er jetzt folgen soll. Und dann meinte er, dass alles das Gleiche wäre innerhalb der Christenheit. Und das war dann auch ein bisschen komisch. Ja, das war so auch für mich eine schwammige Aussage. Ja, der wollte halt nicht so jetzt da reinbrettern. Aber der hätte schon sagen müssen, ja, wir müssen von Neuem geboren werden. Egal, ob du was für eine Denomination gehörst. Der Herr Jesus Christus, ist nicht der Klippung klar, dass wir von Neuem geboren werden müssen. Und da spielt es keine Rolle, ob du auf einmal sagst, ich bin Orthodox, Katholik, Evangelikaler, was auch immer. Nein. Der Herr verlangt von uns die Wiedergeburt. Das war es. Mehr ist das gar nicht. Genau. Ja, das war eigentlich meine Frage. Ja, ich glaube, diese Nettigkeit führt aber auch dazu, dass die Menschen nicht wirklich darüber nachsinnen und nachdenken. Weil es ist sehr wichtig, dass die Menschen wissen, dass sie von Neuem geboren werden müssen. Dass sie Kinder Gottes werden sollen. Durch den Namen des Herrn Jesus Christus. Ja, manchmal muss man halt die Wahrheit aussprechen, auch wenn es nicht... Auch wenn es wehtut, genau. Ja, auch wenn es wehtut. Aber man muss immer gucken, wie man das macht. Man kann natürlich die Hammer-Methode benutzen, wie der ein oder andere. Aber man kann es auch normal sagen. Und wenn es der ein oder andere annimmt, hast du es natürlich wundervoll, dass er das dann angenommen hat. Ansonsten, ja, muss man das halt akzeptieren, dass die Menschen das nicht wollen. Okay. Aber ich habe meinen Dienstjahr dafür getan. Ich habe dir gesagt, dass du von Neuem geboren werden musst. Also wundere dich nicht, so wie der Herr sagt, dass er gesagt hat, ihr müsst von Neuem geboren werden. Verstehst du? Ja. Da muss man halt auch gucken, mit wem man da redet und wissen, wie man vorgehen sollte. Das ist immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber sollte man dann schon sagen, ich glaube, da steht sogar auch, ich lese zurzeit Sprüche und da stand, glaube ich, sogar auch, dass manchmal die Wahrheit gesprochen werden sollte. Ich weiß mir genau und wörtlich, wie das zustand, aber dass man dann die Wahrheit sagen sollte, auch wenn es vielleicht mal härter ist. zu schweigen. Ja, der Herr Jesus Christus hat ja auch kein Blatt vor den Mund genommen und hat auch immer sehr knallhart, straight alles ausgesprochen. Obwohl, der hat ja zu seinen Jüngern gesagt, er wollte nicht auch noch gehen. Die Leute standen ja auf, bei der Predigen sind abgehauen. Ich will ja gar nicht wissen, bis heute weiß ich ja nicht mal, wie heftig der gepredigt hat, der Herr Jesus Christus. Und die Leute sind auch gestanden, er hat ja zu den Jüngern gesagt, ihr wolltet nicht auch gehen. Matthäus 14, Johannes 14 war das genau, Johannes 14. Wohin sollen wir gehen, Herr Duas Worte des ewigen Lebens. Verstehst du? Ja, der wird immer so verweichlicht von den Menschen. der Herr Jesus Christus wird dir so ein bisschen so sehr verweichlicht, obwohl dir der Schöpfer des Universums ist. Ich finde das auch lustig, wenn hier Muslime drin sind und die sagen, ja, würde Jesus damit einverstanden sein, was du sagst? Und dann denke ich mir jedes Mal so, ja, der Herr Jesus Christus hätte noch Heft. Wenn er zu den Pharisäern gesagt hätte, ihr habt den Teufel zum Vater, ihr euch. Soll ich jetzt wie mein Herr Jesus Christus reden? Ja, können wir gerne machen. Ist ja kein Problem. Da kann ich auch den ganzen Tag sagen, ihr Teufels, wir Schlangenbrot, ihr Ottern gezischt. Verstehst du? Ja, das ist heftig. Ach, also, was wollt ihr? Ja, der Herr Jesus Christus hat zur Wahrheit gestanden. Das ist doch normal. Ja, muss. Genau so sieht es aus. Ja, Armin, danke schön. Gott segne dich. Mal weiter. Sobald ich diese Quelle habe, werde ich das auch noch mal für uns in den WhatsApp-Kanal da rein tun. Ja, alles kann. Aber allein, dass da Allah ein Gewand, allein, dass da Allah in Suche 47, Vers 23 ein Gewand trägt, Tafsid ibn Kathir, wo die Gebärmutter an sein Gewand zieht, das ist so krank. Das ist unglaublich. Ich muss sogar noch gerade kurz daran denken, ich war vor ein paar Tagen in einem Stream drin, da hat einer einen Livestream gestartet. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich da reingegangen bin, weil es sollte eigentlich eine Provokation sein, habe ich da angemerkt. Da meinte dann einer. Ja, Josef war 90 und Maria war 12. Das ist ja die rechtfertige Mohammeds Ehe mit Aicha. Das ist lächerlich. Dann bin ich da reingegangen und habe gefragt. Das ist ja genauso, als würde ich sagen, das ist genauso, als würde ich sagen, hey, der Kollege da vorne hat Ferge und jetzt darf ich auch Ferge und werde dafür der beste Mensch der Welt genannt. Ist das krank? Das sage ich auch jedes Mal. Die versuchen irgendwie so eine kranke Tat mit einer anderen Krankheit zu geben. Ja, genau. Das ergibt doch keinen Sinn. Das ist doch völliger Blödsinn, Mann. Kein Normalding. Ich würde sagen, weil er gemordet hat, darf ich jetzt auch morden, oder was? Ist doch behämmert, Mann. Komplett dämlich. Richtig dämlich. Das ist gar kein Gehirn mehr. Weißt du warum? Weil sie verzweifelt sind. Sie wollen eigentlich nicht so ein Vorbild haben, damit sie kritisiert werden. Verstehst du? Ja. Aber weil der Mohammed das gemacht hat, weil die islamischen Schriften da sind, weil es authentisch überliefert wurde, sind sie gezwungen, diese Haltung einzunehmen. Das ist das. Ja, der Geist ist krank. Auf jeden Fall hat er sich gefragt. Und sagt, mit so einem unsinnlich ja gar nichts zu tun. Aber was ist das denn, bitte, Mann? Die sind dann ehrlich. Vor allem, ich habe dann gefragt, was ist denn die Fälle dafür? Und dann, er hat er eben eine richtig blöde Quelle gebracht. Und er meinte dann, hier von wegen, das er Muslime macht und ha ha ha, dein Gott hat ein Drei schon was, ne? Und da musste ich an die Stelle denken, die dieser eine Ex-Muslim da gezeigt hat, wo Allah das auch hat. Aber unser Gott ist ja Mensch geworden und er ist laut dem immer in der göttlichen Form geblieben. Ja, genau, richtig. Das ist krank. Ja, der Allah sagt ja auch im Koran, dass er ein Hijab trägt, ne? Aber die Muslime sagen, sein Hijab ist aus Licht. Also er trinkt so ein Gewand aus Licht, der Allah. Allah trägt ein Hijab? Ja, der trägt ein Hijab, ja, ja. Ja, mal schauen mal. Einfach mal das Wort Hijab nehmen, am Arabischen und dann in den Koran Suchmaschine einfügen. Da wirst du sehen, dass Allah ein Hijab trägt, ne? Vor allem in diesem Stream war sogar noch so ein Elfjähriger drin. Ich wurde dann rausgekickt, während ich ganz normal versucht habe, was zu erklären. Und dann höre ich einfach so einen Elfjährigen sagen, Wala, hol mal diesen Elia hoch. Der redet groß, der Muschrik und so. Einfach, ich denke, was ist das denn, Alter? Ja. Ja, Avi, ich mach noch kurz für den Nächsten. Dankeschön. Dir hoch, ciao. Okay, ciao. Na, so ist das, ne? So ist das. So ist es. Na, so ist das. Allah ist halam, ja. Hast du Klima, ja? Ich habe Klimaanlage an, ja. Gott sei Dank, das wäre schon links hier krepiert, ne? Alter, wir haben 28 Grad, ey. Ohne Klimaanlage gehst du kaputt, du musst die Fenster aufmachen, weil ich habe keine Lust, dann ist das zu laut. Saura, wir kennen dich. Oh, Saura, wir kennen dich. Oh, ja, ja. Du hast einen schönen Platz ausgewählt. Warte mal, da gab es mal eine Debatte zwischen Sam Shemun und so einem Muslim, wo die das dann da, drüber gesprochen haben, ne? Alla's Garment. Alla's Garment. Alla's Garment. Ich muss das mal finden, und es ist heftig. Alla's Garment. Ja, Diskussion on Alla's Garment. Okay, das ist gut, ich werde es hier. Aber die Punkt ist, wenn du glauben, was du glauben, dann du glauben. Das bedeutet, Allah kann nicht sein der Creator von allen Formen, Raum und Platz. Denn für ihn zu haben, 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 für ihn zu haben eine Garena, das bedeutet, dass er eine Schem Geburt, das heißt, das heißt, der Schemenz entschbins, und das zient explalterung istios, dass das RNAum ist. Vers nyttet sich, die Phase Also die, selbst der Hadith sagt, das ist von Bukhari, die Gebärmutter zog am Gewand von Allah, also von Gewand an Allah. So, Punkt B, go back and see, this is what Bukhari says on the narration from Abu Ghra, where you got it from Mohammed. So, how do you explain the fact that if your God has a garment to cover his body parts, or even a garment, you don't want to say garment, because if I'm wearing a garment, I'm covering something. If I'm wearing shorts, I don't want you to see my nutsack. Your God wears a garment. I don't know why, I do know, but just give me a bit of a doubt. I'm going to show you the shin, that he's going to unveil the shin, and he has two right hands, that means he has a shape, and that shape is uncreated, because he didn't create his hands or his shin or his gone hands. Yeah, there he is, you see, yeah, exactly, you want to unveil something if you wear a hijab, if you wear something, if you wear something, you want to unveil something, then you want to unveil something, why does Allah suddenly want to unveil his things, or what? That's all so cringe, that's all so cringe. There's no one here, there is no one here, technically. All of them are all up, all of them. All of them are all up, like they are all up. Yeah, so is that, they can't defend Islam anymore anymore. Only through lying, they just live Islam. Only through lying! All of them, all of them, they keep doing this. sich nur durch die Lüge am Leben, das ist so schick. Allah dieser Schaitanovic, Allah Schaitanovic. Meinst du, es gibt irgendeinen Jugo, der Schaitanovic heißt? Heftig. Rebekah, ein Vorbild von Rüden und Kohlmann. Ja genau, Alman Stapeburg. Alman von Schnee with no brakes, genau. Das ist Arnold Schwarzer, Rebekah. Ein dreijähriges Kind, das Kamele tränkt und Konversationen führt mit Männern. Ist doch klar, ist doch verständlich. Was machen dreijährige Kinder so? Dreijährige machen so was. In der Welt der Muslime machen dreijährige Kinder so was. Ist doch klar und verständlich so was. Wenn du was anderes behauptest, bist du ja natürlich unten durch. So verrückt. So crazy, so crazy, so crazy. Wie bin ich denn hier gelandet? Und ich denke, hier sieht es aus wie ein Schwimmbad oder was ist das? Ich glaube, ich gehe eine Runde schwimmen. Eine Runde schwimmen. Bei dem Wetter ist das natürlich genial. Ich glaube, das ist hier ein Schwimmer, der läuft schon nackt hier rum. Auf sich. Einfach. Einfach Schwimmbad. Kleines Schwimmsechen, klar. Da gehe ich mit meiner Kuffahente dahin. Ich guffah, guffah. Ich guffahente. Ich guffahente. Tschüss. Tschef. Ich lebe deinen Content arm, ja, danke. Na gut, der Jesus küsst es das ganze Gebrauch für sein Reich. Was ist ein Löw? Ah, wir haben ein Löw, eine Löw, eine gute Löw, eine gute Löw, eine gute Löw, eine gute Löw. Ich komme sofort, wieder einen Moment. So, Dr. Shakey Shake ist wieder da. Dr. Shakey Shake ist wieder da. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe nur noch Einschränkungen, hier Einschränkungen, da Einschränkungen, schon wieder Einschränkungen. Leistige Sichtbarkeit eingeschränkt. Das ist eine absolute Katastrophe, Mann. Das ist unglaublich. Richtig angeliefen. Ja, hören wir uns nochmal die wichtigsten Worte des Herrn Jesus Christus an, als er sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ihr müsst von Neuem geboren werden. Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, der von Gott kommt. Denn niemand kann die Wunder tun, die du tust, außer Gott ist mit ihm. Warnig, warnig, ich sage dir, nur wer von Neuem geboren wird, kann eingehen ins Reich Gottes. Wie kann man alter Mensch erneut geboren werden? Kann er noch einmal in den Mutterland zurückkehren und wiedergeboren werden? Warnig, warnig, ich sage dir, wird jemand nicht aus Wasser geboren? Und aus Geist kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, du musst von Neuem geboren werden. Der Wind. Wie brünner will. Und du hörst sein Brausen, doch weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Wie kann das nur sein? Du bist ein Lehrer Israels und begreifst das nicht? Warnig, warnig, ich sage dir, wir tun kund, was wir wissen. Und bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch verwerft ihr unser Wort. Ich habe über Irdisches gesprochen. Und ihr habt mir nicht geglaubt. Wie wollt ihr da glauben, wenn ich von Himmlischem rede? Niemand ist in den Himmel aufgefahren außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist. Amen. Nämlich der Menschensohn, der im Himmel ist. Wie Mose die Schlange in der Wüste emporhob, muss auch der Menschensohn emporgehoben werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht stirbt, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott liebt die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn hingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht stirbt, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt, um die Welt schuldig zu sprechen, Sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht schuldig gesprochen. Doch wer nicht an ihn glaubt, ist bereits schuldig. Weil er nicht an den Namen des einzig gezeugten Sohn Gottes glaubt. Und dies ist das Urteil. Das Licht ist in diese Welt gekommen. Und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse ist. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit sein Tun nicht getadelt wird. Wer jedoch die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass sein Tun in Gott vollbracht ist. Und das Licht. Also ist das Licht. Und das Licht. Und die Menschen will auch nicht vertraure sein. Die Menschen wollen die Welt jetzt sehen. Die Menschen für das Licht. Und die Menschen wollen alle kommen. Und das Licht. so sieht es aus wenn wir nicht von 9 geboren sind so können wir das reichgottes nicht haben egal was wer was dagegen sagt das sind die worte zählen da kannst du noch 300 mal sagen dass du zu der denomination gehörst oder zu der denomination wenn du nicht von 9 geboren wirst du wirst das reichgottes mehr ist das gar nicht der jesus christus kam uns allen die gnade anzubieten und nicht um eine religion zu gründen oder gar quasi familie oder traditionen irgendwie mit rein zu fließen zu lassen in den glauben das ist natürlich dann schlecht was macht ihr gerade seid ihr zu hause seid ihr auf der arbeit wo seid ihr überhaupt alle gerade seid ihr bestimmt draußen schön sonnen und so während ich hier im hetz mobil gefangen bin alle haben schon frei machen irgendetwas außer ich bin nur im hetz immobil auf der arbeit zu hause ja jetzt gut in s bahn busfahrer arbeiten zocken büro am arbeiten wie ein esel ja ehrlich aber ihr habt es gleich geschafft ihr tapferen krieger hier arbeiten mit handy in hand ja genau hier tippen tippen bei dr scherer wo haben wir am besten seid ihr heftig schnell am wenigstens haben wir die 100.000 erreicht die 100.000 haben wir geknackt auch mit arbeit 14 uhr kein thema irgendwie kriegen wir das hin aber sehr gut gottes segen haben wir brate ja gott segne sich auch möge der herr euch reichlich leben blöd und schützend komm wir hören uns wieder ein bisschen was von werner gitt an der hat auch immer super vorträge der werner gitt der werner gitt hat sehr sehr schöne vorträge werner gitt werner gitt werner gitt gottes gericht kommt nicht mehr vor gericht kommt nicht mehr vor alles das gibt es nicht mehr was ist das denn wir reden den leuten nur noch nach dem mund wir sind weltgeschickt wie gesehen am ende angekommen diese welt ist so wie sie ist nicht mehr zu retten wir haben völlig aus dem auge verloren was die bibel uns hier sagt was wird am ende sein hier haben wir gelesen buch malachi euch aber der meinen namen fürchtet soll aufgehen die sonne der gerechtigkeit was ist das denn das ist jesus jesus wird wieder kommen dass die sonne der gerechtigkeit er wird überstrahlen über die ganze welt keiner rechnet damit aber er erscheint am himmel und er wird sagen kommt hier irgendwie segnet meines vaters und er erbet das reich das euch bereitet ist von anweg in der welt aber es steht hier unter was anderes in diesem nächsten text denn siehe es kommt ein tag der brennen soll wie ein ofen da werden alle verächter und gottlosen stroh sein das ist das problem der menschheit wir führen ein gottloses leben jesus kommt gar nicht nur vor wenn ich mich umsehen unserer nachbarschaft oder wo auch immer auch früher im kollegenkreis oder was wer war dabei der an jesus glaubte wer war der sagte jesus ist mein mittelpunkt jesus einzigartig in dem folge wer war das sie meisten laufen auf diesen tag zu auf den brennenden ofen und hier steht ja auch malachi wer wird aber den tag seines kommens ertragen können und wer wird bestehen wenn er erscheint denn jetzt wie das feuer eines schmelzes und wie laugen wieder die laube der wäscher das wird der tag auch sein das heißt ich würde so definieren es ist ein großartiger tag der freude wenn wir an ihn glauben wenn wir ihn sehen werden aber es wird gleichzeitig die größte katastrophe der welt sein eine solche katastrophe hat die welt noch nie gesehen dagegen ist alles ich muss mal einfach sagen pipifax gegen diese katastrophe die kommt wenn jesus erscheinen wird es wird für die meisten menschen die riesen katastrophe sei warum sie gehen dann in die ewige verdammnis sie haben ohne gott gelebt und jetzt werden sie auch in zukunft ohne gott leben müssen ob sie es wollen oder nicht auch die ateisten die sagen es gibt keinen gott dann werden sie sehen den gibt es doch er erscheint plötzlich da erscheint gott da erscheint der von dem sie gehört haben zu lebzeiten muss hat was sie abgelehnt haben man wird kann auch so leben geht ganz prima da kann ich mich um reichtum kümmern und alle diese dinge und was kümmere ich mich um gott ist nicht mein ding nehmen wir im matthäus 24 da heißt es und als dann wird erscheinen das zeichen des menschensohnes am himmel und jetzt kommt es wieder und als dann werden heulen alle geschlechter auf erden und werden kommen sehen des menschensohnes in den wolken des himmels mit großer kraft und herrlichkeit also er kommt nicht als baby in bedlam dort im stall sondern jetzt kommt er in seiner ganzen göttlichkeit in seiner ganzen vollmacht in seiner ganzen allmacht erscheint er und erscheint wie wir gesehen am himmel also nicht in der wüste und nicht im fernsehen oder sonst irgendwo er erscheint für uns alle sichtbar am himmel und die menschen die ihn abgelehnt haben die werden sagen was ist das denn kann man gar nicht fassen den gibt es ja doch diesen gott gibt es doch diesen jesus gibt es doch das ist er ja und dann heißt es hier und sie werden heulen und zwar alle geschlechter der erde was heißt das denn alle geschlechter heißt alle generationen sie werden alle vor ihm erscheinen müssen alle generationen die je auf dieser erde gelebt haben alle ohne ausnahmen ob sie atheisten waren ob sie kommunisten waren ob sie freidenker waren oder was auch immer alle erscheinen auch die die zu ihm gehören alle erscheinen werden an diesem tag erscheinen und die meisten menschen werden schreien ihr berge deckt uns wir können das angesichten dieses herrn nicht länger ertragen merken wir was das ein furchtbarer tag wird alles andere was wir auf dieser welt erleben jede krankheit alles ist endlich das dauert eine gewisse zeit dann kommt der tod wird wenn man an jesus geglaubt hat ist man erlöst wie wir sagen mit wirklichkeit auch aber hier alle die menschen das sind die meisten menschen wie wir hier sehen das hat ja jesus auch gesagt die meisten menschen haben sich in ihrem leben gegen ihn entschieden und sind unterwegs auf der breiten straße und die breite straße hat jesus in der bergpredigt gesagt führt in die verdammnis ich verstehe gar nicht warum in unserer zeit da kaum noch gepredigt wird darüber hören wir uns mal fernsehgottesdienst oder was weiß ich alles an hölle kommt nicht mehr vor gericht kommt nicht mehr vor alles das gibt es nicht mehr was ist das denn wir reden den leuten nur noch nach dem mund aber wir haben das zu kredigen was uns die bibel sagt wir haben das klar zu sagen wir müssen davor stehen dass wir heute wissen wir werden dann schreien wo ihr berge deckt uns zu wir können das nicht mehr ertragen alles das was hier zeitlich war wird jetzt plötzlich ewig jesus will uns wenn er wieder kommt als entschiedene leute antreffen das ist unser sein anliegen dass wir hundertprozentig bei ihm sind dass wir mit ihm gehen dass wir ihm den platz eins im leben eingerichtet haben das ist sein wunsch wenn wir das tun dann halleluja dann sagt er wunderbar euch geht jetzt die sonne der gerechtigkeit auf die ewige sonne geht euch auf und diese sonne wird nie wieder aufhören zu scheinen hier steht die feigen aber die verleugner die ungläubigen da kommt eine ganze lange latte die werden das reich gottes nicht sehen ist und wenn wir ehrlich sind wir gehören uns alle irgendwo dazu wenn uns nicht schon bekehrt haben eindeutig zu jesus dann gehören wir zu dieser kolonne zu der kolonne der feigen und ich frage mich warum sind die feigen zu allererst genannt die totschläger viel schlimmer nein die feigen stehen zu allererst hier die feigen die feigen leute was sind das für leute die feigen leute sind solche die das evangelium hören und denen gesagt wird komm heute bleibe zurück und triff eine entscheidung für jesus damit du in den nebel kommst und warum kommen sie nicht sie sind zu feige vielleicht weil sie gesehen werden von jemand anders oder was weiß ich ich kann das sehr wohl nachvollziehen ich weiß noch als ich die botschaft des evangeliums 1972 in der stadthalle der branche weil ich hörte und der evangelist kommt nach vorne entscheide dich es geht um leben und tod das war eine klare botschaft die habe ich verstanden aber ich kann euch vorstellen ich geriet in zittern ich denke man jetzt verlangt er nach vorne zu kommen und alle die in der ptb die wenn mich alle sehen da vorne gehen da vorne nicht da fand ich ein bisschen komisch schon muss ich schon sagen aber ich denke nein hier steht alles zur debatte es ist nichts vergleichbar damit du gehst und dann habe ich mich entschieden du wirst nicht auf dem roten teppich gehen sei ganz gewiss ganz bestimmt nicht in dieser welt werden keine roten teppiche ausgelegt nur für die politiker wenn die dort anreisen für uns nicht auch nicht für die christen wir gehen durch not wie gehen durch anfechtung alles wir gehen durch krankheit durch leid hat es bleibt uns nichts erspart also wenn ich zu jesus rufe kann ich gleichzeitig rufen der stelle darauf ein dass du auch probleme haben ist aber immer mit ihm nicht alleine alle dinge können wir mit jesus tun und dieser jesus ruft uns und sagt ich bin mit seiner schwester zusammen was mit wessen schwester bist du zusammen von werner geht oder was ich bin ich ein bisschen zu alt für dich mit meine du ekelhaft schäm dich mal ich mach später ich gehe später eine mutter ehe ein mit einem von deinen verwandten und wenn du nicht sagst dass es in ordnung wäre dann hast du allahs worte in die tonne gekloppt hast du das kapiert stell mir deine weiblichen verwandten zur verfügung ich will mutter ehe machen mutter 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 oh mutter ehe zeitlich begrenzt für diesen muslim geh mal her jetzt hier her damit ich will heiraten für 30 minuten mit einem deiner verwandten und dann sage ich das ist halal halal echt mit 52 10 auf halal basis mache ich das gar kein problem ich werde das richtig schön auf halal basis machen moin amir moin mein lieber wie geht's dir keule gott segne dich ja gott segne dich und deine familie danke dir danke dir wollte dir einfach nur sagen du machst eine gute arbeit mach weiter lass dich von solchen blöden kommentaren nicht fertig machen ach was ich will noch ein bisschen spielen du bist gesegnet da drinne bruder ich wünsche dir nur alles gute und mach weiter alles klar gott segne dich danke für deine arbeit machs gut ciao ja ich will noch ein bisschen spielen der will auch ein bisschen spielen der muslim in den kommentaren reichen muss man ein bisschen mitspielen also was seid ihr denn für spielverderber der muslim will spielen und er will auch dass man mit ihm spielt also so wie arche mit muhammad gespielt hat und die freundin gerufen hat so müssen wir dann auch dementsprechend den muslim rufen und mit ihm spielen einfach ganz einfache kiste ja ich war ich war beim gesandten Allahs zu hause sagt Eicher und da hat der gesandte Allahs mich gerufen um mit meinen Freundinnen zu spielen ja schön sehr gut da waren die an der Schaukel am spielen das ist der beste Mensch der Welt ja ein kleinkind die gerade am schaukeln ist zum Frauen Atemberaubend ja Original Play genau das war schon zu der damaligen Zeit Gang und Gebe dort Asallah 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 Original Play Ich werde langsam müde ihr Lieben ich bin müde von diesem ganzen Wahnsinn hier ja da hast du vollkommen recht da hast du vollkommen recht da stimmt was gewaltig nicht auch ach man ach man ich würde deine Geschichte zur Bekehrung Jesu hören das habe ich da auf meinem Kanal habe ich das gepostet ne von Islam zu Jesus Christus auf Ex-Muslime klären auf TV da kannst du das in Ruhe haben ach ich bin zu fix und fertig ja die Sonne die scheint auch noch übelst hier rein ich habe immer so komische Punkte das Handy ist auch schon total überhitzend ja die ganze Zeit scheint das da drauf ich glaube ich gehe jetzt mal ein bisschen offline und dann komme ich später so Gott will wieder live ja ja viel trinken ist auch eine gute Sache ihr Lieben Gott segne euch und eure Familie Möge der Herr euch Segen und beschütze sein Angesicht über euch leuchten lassen und ja so Gott will sehen wir uns dann später ja haltet im Moment Jesus Christus fest und betet fleißig zu ihm ja Gottes Segen ihr Lieben viel Spaß noch in der Sonne und was ihr auch noch vorhabt ne Möge der Herr euch begleiten Amen macht's gut ihr Lieben Ciao